Nun denn. Legen wir los. Zum ersten Mal. Intergrade. Intermission. Ja Standard. Natürlich normal. Oh, direkt hier Wu-Tai Soundtrack im Hintergrund. Sehr schön. Und sie ist tot. Guter DLC. Hat Spaß gemacht. Oh. Und siehst du, Yuffie. Mein Name ist Yuffie. Materia Hunter und Elite Special Forces Operative für den Neue Wu-Tai. Ich habe Orden, um zu infiltraten Shinra Headquarters und zu holen ihre Materia. Um zu zeigen, um zu zeigen, dass Wu-Tai nicht zu sein wird. Mitglied der Avalanche. Ihr voll supportet. Wir haben das. So, members of Avalanche. Where are you? Come get me already! Okay. If I was a man in a Mughal hat. Wait. Does this mean what I think it does? Interesting. So, I gotta come to you, do I? You got some nerve. Okay. Los geht's. Sie hat schon mal Vita. Oh ja, was wissen wir denn hier? Level 25. Okay. Ninjoa. Wir haben Stehlen. Okay, ja. Klar. Natürlich. Ah, die sind AOE-Move. Okay. Dann Vita natürlich. Analyse und... Oh, das Ukenagashi. 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 Didadididididididim. Yuffie beherrscht sowohl den Nah- als auch den Distanzkampf. Um den Gegner mit dem Shuriken anzugreifen, Halte die Taste gedrückt, um weiter anzugreifen, aber gleichzeitig auch Abstand zwischen den Fienden... Ah, okay, okay, okay. Ah. Also ich kann hier ganz normal so machen, aber wenn ich es gedrückt halte, dann springt sie nach hinten. Okay, okay, okay. Das ist nice. Ich kann das machen und dann kann ich... Ah, okay. Oh, wow. Du gehst runter. Und das ist ihr U-Kindergast. Ja. Nicht übel. Yuffis Stärken. Oh, also, okay, wenn ich die Waffe wegwerfe mit Dreieck, dann kann ich danach mit... ...Vieereck einen Ninjutsu-Angriff auslösen. Aha. Na dann, okay. Wie sieht das aus? Oh, wow. Oh, hohohoho. Wait a second. What the fuck? Äh. Äh. Ähm. Okay, sie ist gut. Sie ist gut. Ja. Gotcha. Okay. Boah, das ist geil, dass man dann hinterher springen kann direkt und einfach in der Lucht dann. So, was kann die denn eigentlich hier? Ein festen Ferendel-Angriff und verstärkt alle folgenden Angriffe. Wirbelsturm, erzeugt eine Windböhe. Okay, das ist AOE-Damage. Elementar-Ninjutsu. Aber man kann die Elemente auch ändern. Achso, und da unten rechts, ja. Da unten rechts über ihren Namen sieht man, was für ein Element sie hat. Ah, okay, also ich kann jetzt, okay, wir wächst mal auf Frost. Ja, jetzt mache ich Eis-Damage. Okay, okay, das ist, oh, das ist, das ist cool. Ich mag es. Ich mag es. Oh-oh. Die Nummer 11. Die Nummer 11. Reunion. Oh, wow. Guess I'm not going anywhere until I get that elevator moving in. Tess! Gotcha! And I never cease to amaze myself. I have no time for small fry. How much damage does this make? Is it a little damage? Not really much? We are done here! Not now! All in a day's work. Ugh. Super Truck. Oh, Moment. Aufzug. Wir sollen ja dem Mogrid folgen. Deswegen folge ich ihm jetzt erstmal nicht. Aha! Und es war eine gute Entscheidung. Was bist du? TP-Boost. Oh. Den machen wir direkt rein. Oh mein Gott! Die hat ja wahnsinnig viel Zeug dabei. Oh. Aber wir sind doch der Mori. Hallo Sarah, ne? Alles gut bei dir? Ich glaube ich mache Ukinagashi auf jeden Fall weg. Ich finde effizientes Blocken weitaus besser als das Ukinagashi Zeug. Und TP-Boost mache ich auf jeden Fall auch rein. HP sind nie schlecht. Ähm. Das hier brauche ich erst, wenn ich einen Teammate habe. Oh. Das passt. Das ist gut so. Hui! Also ich kriege definitiv direkt so ein Ninja-Feeling mit. Das ist schon mal gut gemacht. Hehehe. Hehehe. Diese Stadt ist total verdammt. Ich dachte Midgar sollte die Marvelle der modernen Welt sein. Gehe über falsche Advertising. Die Stadt Mako? Hehehe. Die Stadt Garbage. Die Stadt Garbage. True. Kraftreif. Oh yes. Ja, lass mich. Lass mich. Boom. Mehr Damage. Das ist echt spaßig hier mit dem ganzen Shuri-Kennzeug auch. Das haben sie gut gemacht. Hehehe. Hehehe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit dieses Mogri-Kostüm da drin. Schon so ein bisschen cringe. Hehehe. Hehehe. Wie blockiert? Wieso blockiert? Auf freie Sicht? Das ist eine Lüge. Hehehe. 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 Aber wir haben keine Angstvorsorge. Se edited im Schrank stattfinden. Und dadurch, wissen wir dann immer noch nicht, was für eine Schwäche die haben, wups. Man, es liegt, es liegt am Mokri-Kostüm, ich schwöre. Okay, okay, jetzt aber, pass auf. Ich zeig euch jetzt, wie das geht hier. Wir gehen da rüber, ja. Dann schmeißen wir erstmal unser Dings, machen so ein bisschen... Die machen ja mega viel Zermitträger. Okay, ich muss blocken. Ha! So, jetzt aber. So, Analyse hier. Achtung, so. Wir wissen jetzt, die sind schwach gegen Eis. Okay. Das heißt, wir switchen jetzt hier auf Frost Ninjutsu. Ja, guck mal hier. Direkt schon die, die Mechanics, Alter. Und dann, dann, dann sterbe ich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Stirb, stirb, stirb. Bam, 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 krasser Air-Krombo, Alter. Let's go. Oh, okay. Oh, okay. So, nicht sogar ein Danke. Oh. 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 Chance. Hier gibt es bestimmt noch ein extra Item. Achtung! 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 Gleich kommt es! Achtung! Da! Jawohl! Was bist du denn? Luft! Achtung! Achtung! Bähung! Gilt! Gilt! Ey, wie viele von diesen Leuten sich doch schwott betröcke. Sie ist halt so Anime. In einem Spiel, was halt schon ziemlich Anime ist, ist sie halt sowas von Anime. Das glaubst du gar nicht mal. Oh, bin ich jetzt? Oh. Warte, sind wir da, wo ich denke, dass wir sind? Ja. 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 Das ist das. Oh, interessant. Okay. Da können wir ja direkt bei tiefer in die Bar. Aha. Dachte ich's mir doch. MP-Boost. Nee. Erstmal nicht. Sie ignoriert ihn einfach. Knallhart. So, was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Okay, dann wissen wir jetzt auch genau, wann das spielt. Das ist cool. Oh. 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 Oh, oh, oh. Oh. X-Pier. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Eine Bank! Geil! Direkt mal hinsetzen. Wie sie sich hinsetzt! Knall! Das muss doch wehtun, ey! Also, wenn ich mich so hinsetzen würde, mir würde mein Popo wehtun. Oh, ne neue Waffe schon? Jo! Ah! Okay, wir sollten aber definitiv erstmal dieses, äh, elementaren Ninjutsu, das sollten wir erstmal lernen, bevor wir die neue Waffe nehmen. So, was kann die denn? Führt ein Ausweichmanöver durch. Zusatzeffekt, ATB-Boost bei erfolgreichem Ausweichen. Kann in der Luft eingesetzt werden. Oh, fuck! Okay. Warte, was? Okay, das ist wild. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Reihe krieg. Ganz ehrlich. Mal ausprobieren. Das muss man sich auf jeden Fall dann auf so einen Shortcut binden. Sonst wäre das ja übelst nervig, wenn man das die ganze Zeit über das Menü machen muss. Die Kraft von Gott und Anime, ja. Definitiv. Die zwei sind Billy Bob und Polk. Wir sind sehr Moe. Und das ist Nayo. Hi. Mein Name ist Yuki. Materia Hunter und Elite Special Forces Operative für den neuen Wutai Government. Ich habe Orders zu infiltrate Shinra HQ und Steal der Ultimate Materia. Um zu zeigen unserem Wutai nicht zu werden, dass Wutai nicht zu werden. Mitglied der Avalanche. Mit deinem Unterstützung, wir haben das. Ready zu rumble, huh? You better believe es. So, habt ihr noch mit Sonnen? Er sollte hier sein. Ja, er hat drei Tage später. Er ist in der Stadt als wir sprechen. Er scheint, dass es hier wirklich Spaß macht. Oh, er macht das, nicht wahr? Hast du, äh, irgendwelche Beine? So, wie. Linjas immer lebt. Das ist wie eine Runde. Aber ich bringe diese. Wutai ist die übrige Chow-Beans. Eat up! Und hier geht's. Man, das ist bestimmt gut für die Zähne. Ich dachte auch direkt an die Sensor-Bohnen, ja. Das ist wohl wahr. So, wer ist denn die Waifu hier? Das ist ja. Du musst dich schaubern von deinem Reise. Warum nicht mal ein bisschen zu resten? Mit all dem Ruhe in der Stadt? Das ist ja so großartig. Wie bitte sagst du mir, wo sie in der Shinra-Bildung behalten, die diese Materiein zu halten? Nicht auf mich nicht. Ich weiß, du. In der Fall, ich nicht. In der Fall, nicht in der Exaktion. All ich weiß, ist, dass Shinra, für die meisten Fälle, die Materiein als Weapon. Sie ist wie Anime Gollum. Willi Bob? Jo, okay. Oh, das hier! Warum hast du das gesagt? Jetzt, wenn du Topside gehst, musst du erst aus den Schlumpen gehen. Und um das zu Hilfe, musst du mit Polk sprechen. Ich möchte nur sicher, dass ich den Plan auf dem Weg habe. Du weißt, wie man auf den Top und alles. Hm, naja. Wenn du eine Idee hattest, würdest du einfach nur den Plan auf dem Weg nehmen. Aber mit all der Komotionen, das ist nicht wirklich eine Option. Die Sicherheit ist auf hohe Angelegenheit. Wenn du mich fragen möchtest, dein bestes Bede ist, sitz tight und warten, um die Dinge zu zentren. Sit tight? Aber ich will jetzt gehen. Sei mein Wunsch, dann. Geht getötet. Hör. Hör. Okay, cool. Das war, das war super. Hey, wirst du dir okay da draußen? Hast du alle Informationen, die du brauchst? Hä? Was denn noch? Sonon ist noch nicht zurück? Dann muss man in Wall Market sein, Ben. Was ist Wall Market? Lass uns nur sagen, es ist ein Ort für Menschen mit... ...maturen Tastes. Maturen Tastes. Es gibt viele verschiedene Städte. Es ist... ...kinda hart zu erklären. Nein, ich denke, ich verstehe. Es ist ein Bars, mit so grosses Bars, dass du nicht mehr sehen kannst. Und so bitter, dass du sie wieder rauskriegst. Oh. Wo alle Menschen trinken und bläst, wie die Kinder einfach nicht verstehen, den Wert der schwersten Arbeit. Das ist die Möge der Gesellschaft. Wie können sie nicht sehen, dass sie es diejenigen zerstören? Haha. Haha. Wutai hat ein Ort wie das, wo die Grön-Ups trinken ihre Leben weg. Es heißt die Happy Turtle. Interessant. Es gibt eine Happy Turtle in Midgar, auch. Huh? Ich weiß nicht, wo genau, weil ich noch nie bin, aber ich sehe ihre Flyer von Zeit zu Zeit. Siehst du, huh? Sie nehmen den Midgar, ein Bürger zu einem Zeitpunkt. Haha. I salute you, Happy Turtle. Come to think of it. There's a man, who goes around putting up Flyers for Bars. I like turtles. People call him Old Snapper. And he doesn't dress like your average Midgar male. Might be from Wutai. I gotta find him. And deserve some Dachau beans. So, sind wir fertig jetzt hier? Okay. Moment. Wenn zu diesem Zeitpunkt Chadley schon ein, ein tragbares Modul hatte für das VR-Zeug, warum habe ich das mit Cloudny bekommen? Das finde ich aber ein bisschen gemein hier. Ford Condor? Ford Condor? Oh, Ford Condor. Ich sollte es wissen. Es war nicht lange genug, also es gibt keinen Weg, dass die UWs darüber gehört haben. Oh, ja, ich habe. Und was anderes, ich bin großartig. Ich werde dich so hart und wundern, ob du die Regeln wüsstest. Für meine Bedürfnisse. Ich werde sie überlegen. Oh, shit. Echt? Ford Condor ist ein Brettspiel, in dem du Einheiten und Materia verwendest, um das Hauptquartier deines Gegners zu zerstören. Bevor du spielst, solltest du deine Aufstellung festlegen. Wähle das Brett, auf dem du spielen willst. Deine Wahl hat Auswirkungen auf die Materia. Gegner auf der rechten Seite. Gegner, okay. Okay, wir legen einfach mal los. Mal gucken, was passiert. Also. Wir haben da ein Hauptquartier und einen Stützpunkt. Und dann haben wir Einheiten. Und wir haben anscheinend auch so ein, äh, so ein Steinpapierschere, Dingsi. Bogen ist gut gegen Schild, Schild ist gut gegen Schwert und Schwert ist gut gegen Bogen. Okay. Okay. Und wir haben auch Materia. What the fuck? Okay. Das ist nicht ganz das, was ich kenne aus dem Original, aber mal gucken. Okay. Wir haben zwei Stützpunkte und ein Hauptquartier. Zerstöre das Hauptquartier deines Gegners oder stelle sicher, dass du nach Ablauf der Zeit mehr Basen als der Gegner übrig hast, um zu gewinnen. Okay. Also, man kann auch Turteln. Hm. Okay. 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 Verstehe. So, das ist ein, das ist ein, äh, Schwert, Heini. Das heißt, hier würde ich jetzt ein Schild stellen, ja? Okay, das habe ich alles schon erklärt. Im eigenen Gebiet kannst du deinen Cursor frei bewegen, aber ein feines Gebiet nur bis zum weitesten Punkt, den deine Einheiten erreicht haben. Okay. Also, man muss immer weiter... Okay, ich verstehe, ich verstehe. So, zack. Hallo? So, und da ist das ein, ähm... So. Da ist ein... Okay, da muss ich, genau. Da muss ich hier Fernkampf gegen den. Magie-Attacken. Stehen dir Materia zur Verfügung? Okay, das ist komplett neu. Da kannst du auch mit Magie angreifen. Drücke allein, um einen Cursor erscheinen zu lassen. Okay. Magie-Attacken in Fort Condor unterscheiden sich von denen in regulären Kämpfen. Angriffsmagie führt keinen elementaren Schaden zu, hat jedoch spezifische Angriffsmuster und kann im Kampf jeweils nur einmal eingesetzt werden. Oh. Also das ist so, so... Der, der Red Button, ja. Okay, also bisher ist das aber relativ simpel, ja. Ich würde das mit nachher so richtig schwer. Dass ja die ganze Zeit so unterschiedliche Gegner spawnen und du musst die ganze Zeit so... Oh Gott. Die ganze Zeit so hin und her überlegen. Moment, ich mach' mal KI! Mach' mal Magie. Feuer. Tja. Heilen. Oh, das war ein bisschen zu spät, aber sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jetzt muss ich ja eigentlich nichts mehr machen, außer das war ein bisschen zu spät. Nice. Okay, also wir können uns hocharbeiten, ja, in diesem Minispiel. Und ganz am Ende kriegen wir anscheinend irgendeine Art Materia und Preisgeld. Ah, ich seh das auch, okay. Scheint auf der... Warte, was ist denn? Oh? Ah, der hat noch so ein komisches Icon. Achso, das ist für Fort Condor. Aber ich hab ihn doch schon. Okay, ich verstehe. Okay, also diese leicht hellblauen Icons auf der Karte. Das sind wahrscheinlich Leute für Fort Condor. Und alle, die jetzt irgendwie so eine komische Eins haben, die kann ich wahrscheinlich herausfordern. Und wenn ich die besiegt habe, dann werden die wahrscheinlich zu solchen kleinen Kreisen. Probier das einfach nochmal. Boah, wieso ist denn mein Hals so zugeschlagen heute? Das Spiel würde nicht passieren, würde es? Wenn du willst. Du, du willst? Oh, danke. Das wäre ein tolles... Wir können jetzt unsere Aufstellung auch bearbeiten. Okay, also wir sehen direkt, er hat sehr viele grüne. Das heißt, wir wollen relativ viele rote haben. Genau, das heißt, am besten ersetze ich den hier. So, Material, joa. Passt ja. Passt nein, nicht beenden. Bestätigen. Ja, okay. Boah, der Wachhund hat mega viel Damage. Oh, der kämpft gar nicht. What the fuck? Oh, der... Oh oh. Der Wachhund rennt anscheinend direkt auf die Basis drauf und kämpft nicht gegen die Einheiten. Das ist natürlich ein bisschen doof. Du, 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 du. Los, Wachhund! Äh, irgendwie... Spawnt der gar keine Leute auf der rechten Seite. Was ist denn da los? Hm, hm. Ein richtiger Kack-Noob. Vor allem hat der bisher auch wirklich nur grün gespawnt. Nichts anderes. Nur grün. Die ganze Zeit grün. Oh, warte. Das hier ist perfekt für Feuer. Bam. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Ich muss gestehen, der Wachhund ist nicht so geil, weil der halt nur auf die Basis drauf rinnt. Oh, jetzt hat er, oh, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er auch in Wachhund gespawnt, okay. Ist halt für den Granatwerper. Oh, jetzt fängt er an, jetzt fängt er an, andere Sachen zu machen. Ich glaube, die Basis kriege ich nicht kaputt, aber wir gewinnen wegen, ähm, weil wir schon eine seiner Stützpunkte zerstört haben. Vielleicht kann ich ja nochmal mit so einem Wachhund ganz schön durchrushen. Sieg. Das coole ist, dass das wirklich auf Zeit geht auch. Und das heißt, dass man nicht irgendwie, äh, groß Zeit verschwenden kann. Das ist ganz lustig, ich mach das Spiel. Ah, okay, der hat jetzt so'n, okay, ich seh. Ich seh, der hat jetzt einen Haken. Eine grüne Checkmark. Oh, ist das Johnny? Johnny. Ja, wie, wie du das süß, 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 Fond Condor-Prize-Money hast. Es ist mein... Sorry, dass du deinen Kopf schrauben. Was? Mein Leben ist hier auf der Linie. Ich verdammt, ich verdammt, ich verdammt. Ich verdammt, ich verdammt. Lass uns einfach spielen. Shut the fuck up. So. Ähm. Ah, ich hab auch... Oh. Oh, er hat irgendwie... Oh fuck. Er hat irgendwie weitaus mehr Zeug. Also ich hab halt das Anfängerbrett, das hat ein bisschen mehr ETB. Aber ich hab auch das Magiebrett, das hat... Zwei Zauber. Ich probier mal das Magiebrett. Warum nicht? So, und er hat... Er hat sehr viel Blau. Das heißt, wir wollen grün. Jo, also eigentlich... Wär's für mich... ... Komplett sinnlos, die roten zu haben, oder? Ja, wobei doch. Also rot ist gut gegen seine grünen. Ich glaube, das passt so. Ich glaube, das passt so. Wobei der Wachhund ist halt... Der Wachhund ist halt echt ein Problem, weil... Der halt direkt auf die Basis rennt. Egal, ich probier's. Ich probier's. So, er spawnt... Blau. Ach guck, man sieht da auch direkt im Nachteil, wenn man über die Einheiten fährt. Sehe ich jetzt erst. Was? 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 Oh, was macht der? Oh, man kann Feuer auch auf... Oh, shit. Ich wusste nicht, dass man Feuer auch auf eine Basis direkt zaubern kann. Das ist ja wild. Oh, shit. Jetzt hab ich hier aber ne starke Truppe. Let's go. Ich glaube, ich mache hier den Wachhund. Oh, wow. Okay, die Magie war krass. Das war wohl nicht so gut. Ero. Bam. Go, go, go. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Jawohl. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wieder ein Sieg. Das macht Spaß. Das ist lustig. Ja, aber was ist dann dieses andere Icon, was dieser Typ noch hat? Das ist auch strange. Das ist mir hier das VR-Modul. Was hat die Tats Philippines he煮t? Nein, amen. Was sah heute? Was hat die Tschapflüung? Ja, muss sie dir Klar, warum nicht? Ich bin ein Kicket's Butt. Sehr gut, dann. Der alte Mann. Oh, der sieht cool aus hier. Okay, jetzt. 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 Kieße. Kieße. Um. Oh. 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 Es war ein close match. Analyze und lehre von deinen Fehler, damit du... Holy fuck. Der hat mich ganz schön... Can I assume you're ready to do battle? Es war ein close match, ja. Holy shit. Er hat mich komplett vernichtet. Okay, nochmal. Eventuell bin ich einfach noch zu schwach, aber ich will mal gucken. Dass das auch Stunt direkt ist, das ist halt brutal. Wenigstens Analyse. Ich krieg nicht mal die Analyse raus. Fuck. Okay. Vielleicht probier ich das nachher doch. Ah, da ist ja die alte Frau. Ich hab ihren Namen vergessen. Was ist das für ne Musik? Was ist das für ne Musik? Das ist schlimm. Oh. Chakra. Natürlich sehr passend für Ninja, aber trotzdem scheiße. Bin ich kein Fan von. Chakra. 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 Das ist so ne Musikrichtung, die hätte ich hier gar nicht erwartet. Blah, blah, blah Oh Oh Sie hat sehr viel Rot Sehr viel Rot Das heißt, wir wollen eigentlich nichts Grünes Charakter aus dem Atlantis-Disney-Film Ich glaube, den kenne ich gar nicht Tatsächlich Probiere es mal so Bestätigen Atlantis Ich glaube, den kenne ich gar nicht Atlantis-Disney-Film Audrey Roggio Ramirez Was zum Henker? Der sagt mir sowas von gar nichts Audrey Ist das ein Neuerer-Disney-Film? Boah, was ist das denn für ein Ding? What the fuck What the fuck Oh Das Gute ist, wir scheinen hier komplett Zu überrennen Das klappt ja richtig gut Der ist echt, das ist echt noch ein älterer Krass Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nie irgendwas davon gehört Wow, das hier ist ja Das hier ist ja mal ein richtig, richtig easy win Oh, kommt der jetzt ernsthaft hier runtergeflogen? Ah, du Arschloch Hier, friss meine Magie Cool, man mit Basis zerstört Sehr nice Und 2003 Ey, ich muss jetzt mal googeln Disney Atlantis Atlantis The Lost Empire Science-Fiction-Action-Adventure-Film Produced by Walt Disney Von 2001 Ist das der? Wow Oh, ich erinnere mich aber an den Typen Oh, ich erinnere mich an den Hauptcharakter Der mit der Brille Okay, der sagt mir was Ja, stimmt Aber den habe ich nie gesehen, glaube ich Lustig Warte, sie hat gemogelt Das ist aber sehr schlecht Ah, das Truppenbrett 1 Sehr gut Oh, jetzt kann ich Stufe 2 herausfordern Das geht ja hier übelst easy Oh, Jessie Jessie Schön Das Spiel geht los und ich werde hier direkt Champion Vom Minigame So, das Truppenbrett Das Truppenbrett hat mehr Ja, damit kann man mehr Einheiten haben Das ist auch cool Und die Zauber sind Blitz und TP-Boost Oh Schätze, ich probiere das auch mal aus Nein So, wir haben Grün und Blau Also will ich Rot und Grün Also passt das eigentlich Ja, das einzige Rote, was er hat, ist ein Wachhund Und der Wachhund, der kämpft ja nicht mal Der rennt ja direkt nur auf mich zu Also der kämpft überhaupt nicht gegen uns Das weiß ich nicht genau, wie er hieß Das ist der gleiche Typ, ja Das ist cool Natürlich spawnt er jetzt direkt Blaue Und ich habe nur einen Roten hier drin, der 4 ATV braucht Warte, hä? Das ist ja lustig, der hat Der hat stationäre Dinger dahingestellt Die überhaupt nichts machen können Ey, dann chill ich erstmal Ich chill erstmal Und jetzt spawne ich den Elite-Gardist hier Die Teile des Lache Oh, was geht denn hier ab, Alter Ist aber nicht gut Kann ich hier wirklich schon Blitz machen? Ja Ich fühle mich gerade so ein bisschen bedrängt Hier ist Ha, 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 ha Ha, ha Okay, jetzt sieht es aber schon wieder besser aus Der Anfang war ein bisschen wild Aber jetzt haben wir schon wieder mehr Das passt auch Wenn ich den einen Stützpunkt gekillt habe, ist eigentlich alles gut Ja Dann kann ich nämlich einfach chillen und verteidigen Bam, 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 bam Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Win! You mad, bro? Oh my god, Rose! Forgive me for saying, but you remind me of a dear friend of mine. Perhaps you've met him? I don't know. Perhaps, perhaps... I don't know. Im Deutschen ist der Name ganz anders geschrieben. Ich nehme an, so heißt er auch im Japanischen. Locke. Paul, but not today, for I'm looking for my aforementioned friend. What's his name? Oh, I only wish I knew. Er sucht nach Cloud. But I can tell you that he has a real need for speed, as they say. And while he boasts a very large sword, his first love is plainly his mount. Yeah, he sounds great. Say, is that Fort Condor I see over there? You play? I'm always ready for a round of Fort Condor. Der Typ, ja. In the absence of my friend, you will provide so much needed in me. Tempobrett, natürlich. Warum bin ich nicht überrascht? Also, er hat einen guten Mix. Er hat einen guten Mix. Oh, ich habe jetzt auch so eine Kaserne. Ah, das ist natürlich cool. Ich glaube, das will ich auch probieren. Dann mache ich hier eine Kaserne. Und... Ja, scheiß auf den Wachhund. Den Wachhund mag ich nicht so gerne. Machen wir es mal so. Go, go, go. Am Anfang warte ich immer gerne ab, um mal zu gucken, was der benutzt. Kann man direkt schön so einen Konter reinholen. Oh, wow. Oder er vernichtet mich komplett. Obwohl er eigentlich im Nachteil ist. Ah, ne. Ich habe es falsch rum gemacht, ne? Ich habe es falsch rum gemacht. Oh, fuck. Okay. Ganz dummer Fehler. Ganz dummer Fehler. Ich habe mich verguckt. Ich habe es falsch rum gemacht. So, jetzt habe ich hier nämlich... Jetzt habe ich hier die Kaserne. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Bam. Und da müssten jetzt eigentlich die ganze Zeit so andere raus spawnen. Man, der benutzt halt leider doch mehr Rote, als ich erwartet hatte. Ja, jetzt. Okay, jetzt. Jetzt ein Blauer. Das Ding hier ist mega gut. Jetzt mal ohne Witz. Wie viel Schaden ich da rechts an einem Stützpunkt schon gemacht habe. Aber nur, weil dieses Teil da steht. Das Ding hier ist mega gut. Das Ding hier ist mega gut. Eigentlich muss ich jetzt nur meinen Linken verteidigen. Wenn ich das hin kriege, ist alles gut. Noooo! Oh Gott. Okay, das wird schon langsam ein bisschen closer, weil ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe gerade sehr viele blöde Fehler gemacht. So, Truppenbrett 2, sehr gut. Jetzt können wir schon Level 3 Leute herausfordern. Was wohl der maximale Level ist? Oh, Wedge? Ja. What the fuck ist die Musik wieder? Du hast Zeit für ein Spiel? Es wäre mein Glück. Dann machen wir es jetzt. Ich werde euch warnen. Ich bin ein bisschen ein Experte daran. He 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 he. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich selbst behalten. Oh, ist das richtig? Du kannst alles sprechen. Du, 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 du. Da, 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 da. Truppenbrett 3. Oh boy. Ach, mit höheren Brettern hat man auch mehr HP auf den Stützpunkten und so. Oh wow. Ja, das ist ja viel besser jetzt. Jesus. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Ich habe auch viel mehr Material. Oh. Cool. Okay. Ähm. Auch er hat einen ziemlich guten Mix. Der hat nen... What the fuck? Der hat ne Einheit, die 7 ATB braucht. Den Hubschrauber. Den Auslöschen. Der hat ja nur so hohe Sachen. Alter. Ähm. Oh je. Der hat auch ne 4 Sterne Einheit, den Serra. Alter. Äh. Ja. 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 Da. Ja. Da. Leute. But mirror der hat ja viel besser. Eine. Oh. Oh oh oh. Da. Da. jewelry toll ju lieutenant Musik Vielleicht sowas? Oh, das hier ist das erste Mal, wo ich wirklich denke, dass der Gegner irgendwie viel bessere Sachen hat. Mal gucken. Ich warte wieder erstmal, bis er was spawnt. Okay, natürlich direkt seine geilste Einheit. Ah ne, ist es gar nicht. Okay, okay, okay. So, das ist grün. Gegen grün wollen wir rot. Gut. Dann mache ich das hier. So. Ich mache noch einen roten dazu, dass das hier auf jeden Fall stirbt. Und hier haben wir rot. Dann mache ich dann also das hier hin. Er stirbt halt trotzdem. Er stirbt trotzdem wohl, obwohl er einen Vorteil hatte. Nein. Noo. Too powerful. Oh yeah. Okay. Das Gute ist, der kann nichts gegen die Fliegenden machen. Weil es eine reine Bodeneinheit ist. Das ist halt ziemlich nice. Ja, das, das war super. Okay, der hat seine Gipfel dazu dahin gemacht. Okay, der hat seine Gipfel dazu dahin gemacht. Oh, das hier ist gut. Hier mache ich jetzt Hastin. Dann haben die nämlich höheren Hack-Speed. Und ich hoffe, dass ich den ganz schön... Oh, der Hubschrauber. Fuck. Der Hubschrauber, Alter. Oh oh. Oh, der hier löst die Fliegen. Oh shit, die Heilung kam zu spät So, Hubschrauber ist weg Ich bräuchte was grünes Ja Ja, okay, ja, es ist Sudden death out of us Okay, um Okay, um Okay, um Okay, um Okay, um Okay, um Was ist das? Ich werde überrannt No Holy shit, wie viele Leute der hat Okay, um Okay, um Das sind zu viele, das sind zu viele, fuck, boah, wie mache ich das denn? Das Problem ist halt, dass seine Einheiten einfach so viel besser sind. Ich schätze, ich kann es einfach nochmal probieren und aufs Beste hoffen. Wenn ich nochmal verliere, muss ich, also dann suche ich mir vielleicht wen anderes, den ich herausfordern kann. Ich glaube, dann ist es einfach zu krass oder so. Das coole ist, dass ich direkt hier mit der Kaserne anfangen kann, das ist nicht verkehrt. Okay. 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 Also wenn ich vielleicht irgendwie so früh direkt irgendwo hin rushen kann und vielleicht so eine Basis ganz schnell zerstören könnte, dann könnte ich mich vielleicht dann komplett auf verteidigen konzentrieren und irgendwie so gewinnen. Das Gift ist halt auch fies. Ganz ehrlich. Okay. Der zermalmt meine Einheiten einfach so schnell. Okay. So. 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 So, so. So. Wee. So. 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 komm schon, komm schon komm schon so, nice heal jetzt packe ich da so einen dazu ok, das ist gut jo Fussel, hi genau, jetzt hier noch so einen dazu und dann mache ich hier hast hin und dann hoffe ich, dass die einfach ganz schnell dieses dann wird der geheilt, was ist das denn wieso ist der heal no no und jetzt kommt der Hubschrauber, nein nein es ist so knapp hier es ist so knapp, nein ok, ich spare einfach auf die Kaserne wieder oh oh das ist nicht gut das ist nicht gut das ist nicht gut gut hallo da hallo da hallo da warte was ist passiert, warte was irgendeine Base von ihm war low ich dachte egal, ich nehme es das war hart das war richtig hart ich dachte ich verstehe gar nicht was bei ihm gestorben ist weil ich hatte so seinen linken Stützpunkt im Auge und ich dachte der hätte eigentlich noch genug HP aber oh das war hart äh was ist denn das hier eigentlich wieso kann ich denn hier hinten dran oh 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 da ah ok ich verstehe ne muss ich nicht achso ich dachte ich soll hier hinten hin und dann das Ding da abschießen ne komm ich da irgendwie hinten dran man muss auch mal das war kein Glück hallo das war ein verdienter Sieg hallo ich hab hart dafür gearbeitet was heißt hier Glück ja ok vielleicht war ein bisschen Glück mit dabei ich geb's dazu boah was die hat ja krasse Haare what the fuck wow ist das der letzte Kampf jetzt kann sein sogar kann sein sogar das war gerade Rang 3 by the way das hier ist Rang 4 oh je ach natürlich ist er's ja oje Championbrett Championbrett ich seh schon also ah das Truppenbrett Nummer 3 hat weniger Max ATB aber die regeneriert sich schneller was halt ziemlich geil ist hmm ja das wünschst du mir aber Glück das kann ich gebrauchen glaube ich mal gucken hier Regina ok Gift TP Boost Barriere boah boah der hat Stopp also er kann meine Truppen einfach anhalten what the fuck so seine Sachen sind ziemlich balanced er hat eine er hat zwei Kasernen ok dann sollte ich mich wahrscheinlich auf die Form konzentrieren er hat eine rote und eine blaue Kaserne das heißt blau und grün brauche ich zum Kontern dann nehme ich einfach mal direkt die grüne Kaserne als Konter so und was gutes blaues brauchen wir auch wie zum Beispiel den Panzergardisten alter ähm so und ansonsten würde ich jetzt einfach nur balancen was haben wir denn da das das ähm es gibt eigentlich für mich gibt es jetzt eigentlich keinen Grund mehr warum ich die ähm die Einheiten nehmen sollte mit wenig Kosten weil jetzt wo ich ein schnelleres Brett habe kann ich ja auch viel schneller Kosten regenerieren die versammeln sich in Ulta wegen Toriyama was haben sie vor Luftkombatant und Spezial Luftkombatant 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 so damit probieren wir es let's go er er spawnt rote Kaserne dann spawnen wir doch unseren Jedi und und ich mach direkte Regina hier hin damit sich meine Einheiten regenerieren oh das ist oh das is yo 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 deplace man komm überlebt überlebt ja die plays die plays die plays die plays die plays die plays Okay, okay, wir müssen verteidigen. Es war ein guter Anfang, aber jetzt müssen wir verteidigen. Und zwar machen wir, wir machen hier die Kaserne hin. Und dann schicke ich auch direkt hier nochmal die Drohne hin, als Bonus. Wieso kann der denn, der spawnt viel mehr als ich. Ich kann viel mehr spawnen. Nein, der hat zwei Kaserne. Was ist das für ein Trotz, Alter? Ich habe hier gar keine Chance. Wie soll das denn funktionieren? Ähm, ja. Das ist klasse. Das ist klasse. Ja, excuse me. Alles klar, was du hier hast. Danke, dass du da warst. Ich will sie das. Okay, das müssen wir anders angehen. Okay, ich habe eine bessere Idee. Ich mache hier, ganz nach hinten mache ich die Kaserne. Dass wir quasi so einen konstanten Schub an Anhalten haben, hinten. Und dann spiele ich jetzt erstmal auf Defense so ein bisschen. Ja, und er macht direkt. Alter. Das Problem ist, dass der seine Kasernen direkt stellt. Und ich kann da halt nichts dagegen tun. Also los geht's, ganz nach hinten. So? Hier ist es. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das scheint im Moment relativ unmöglich. Was ich aber nicht verstehe ist, irgendwie muss ich mich ja verbessern können. Also es muss ja noch irgendwas geben, was ich freischalten kann oder so. Was mir so ein bisschen mehr Chancen gibt. Secret? No. Ja gut, stellen wir das einfach mal hinten an. Oh. Oh. Okay. Any bells? Nope. Okay. 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 Oh. Oh. Okay. Okay. Vielleicht ist das, was ich gesucht hab. Okay. 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 Da haben wir doch unsere Erklärung. Okay. 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 Was brauche ich denn, um ihn zu kontern? Der Hubschrauber zum Beispiel. Oh ja hier, mehr Fabriken. Oh und der ist auch gut. Moment, wie viele habe ich? Ich habe 16. Und ich den, die Fabrik, den auch und den auch. Ich überlege mir, ob ich vielleicht das Tempobrett hole. Wobei das ist ja, versteht aber, das wäre genau so schnell wie das Truppobrett. Ich probiere es mal so. So. So, wir haben jetzt nämlich so einen Serra. Der ist ja übelst fucking powerful. Wir haben zwei, wir haben zwei, wir haben eine Fabrik und eine Kaserne hier. Dimensionshammer und Hubschrauber. Ich brauche sieben. Sieben ETB. Das ist crazy. Probieren wir doch mal das hier. So, mal gucken, ob ich jetzt mehr Chancen habe. Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr mächtige Einheiten auch. Direkt die Fabrik raushauen. Und natürlich hat er direkt rotes Zeug. Fuck. Das ist schlecht. Mann, das war ein Kack Anfang. Shit. Warte. Ich fange nochmal. Ich fange nochmal. Ich sollte doch warten auf den ersten Zug von ihm. Rot. Okay. Dann brauchen wir blau. Hallo, Kampfzwerg. Hallo, hallo. Dann mache ich ohne Scheiß, ich mache zuerst den Hubschrauber. Go. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay. So, jetzt haben wir was blaues. Der Hubschrauber ist ja, guck mal, die Range von dem auch. Das ist crazy. So, dafür brauche ich grün. Dann stellen wir hier ein grün hin. Direkte Leute auch vergiften hier. So, okay. Das ist schon mal gut. Ich bräuchte jetzt rechts grün. Und links. Weiter blau. Dimensionshammer, go. So. So, rechts muss ich jetzt einfach drauf hoffen, dass der von dem Ding hier bearbeitet wird. Und dann spare ich auf die Drohnenfabrik. Stelle ich dann hier ungefähr hin. Hier mache ich eine Barriere, dass meine Fabrik auf jeden Fall überlebt. Die gilt, glaube ich, sogar noch für den Hubschrauber. Boah, das ist super. So, und jetzt kann ich links hier direkt was spawnen. Und hoffentlich. So. Okay. Er hat gecastet. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Ich habe wieder einen Hubschrauber. Der erste Hubschrauber lebt übrigens immer noch. So, mache ich jetzt hier eine Kaserne hin? Oder spare ich nochmal auf den zweiten Hubschrauber? Ich glaube, ich spare nochmal auf den Hubschrauber. Wobei. Ja. Hier sind viele blaue. Dann mache ich doch die Paserne. Die da oben sind übrigens alle von mir, ne? Die da oben fliegen. Das sind alles meine. Huh. Hubschrauber, go. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yes. Go, go, go. Ich bin der Champion. Jetzt spare ich auf den Sarah hier. Weil der hat eine Menge Damage. Okay. Rot. Rot. Den mache ich auch nach rechts. Jetzt habe ich jedenfalls das. Jetzt sieht es nämlich genau umgekehrt aus als vorhin. Jetzt habe ich diese übermacht. Die Zeit ist auch gleich zu Ende. Ich muss jetzt einfach nur noch, wenn ich ein Gebäude kille, dann ist alles gut. Äh. Ich chill noch. Ich chill noch. Ich chill noch. Wir sparen nochmal auf die... Wenn ich... Scheiß drauf. Ich mache da jetzt eine Drohnenfabrik direkt vor seine Basis. Geh. 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 Oh mein Typ ist stuck. Er ist stuck. Nein. Geh. 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 Jawohl Mann. Das ist es. Das ist es. Champion! Champion! Ah, yes! Woo! Die, 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 die! Wir haben es geschafft! Natürlich, natürlich! Ja, ja, bis zum Schluss! Äh, meine Entschuldigung, die Geld und die Materie sind deine. Hast du gesagt, Materie? Also, du bist der Grandmaster! Wer sieht das aus? Hahaha! Wie fühlt es sich, Shinra, um zu sehen, dass das ganze Midgar von den tollen Yuffie zu sehen ist! Deine Möglichkeit, sich unabhängig zu sein und sich zu verabschieden, ist verabschiedet. Ah, da shut the fuck up, Chadling. Oh, Achievement! Hahaha! Das habe ich jetzt eigentlich, was habe ich bekommen? Für eine Materia dafür? Ah, dieser FP-Boost! Erhöht erhaltene FP für verbundene Materia! Wow! Wow! Das direkt am Anfang vom Spiel zu kriegen, ist natürlich fett! Das ist natürlich geil! Oh, wow! Das ist, das ist nicht übel! Das ist richtig geil, dass wir das direkt am Anfang gemacht haben! Hahaha! Das ist mega gut! Hm... Wahrscheinlich fange ich mit Heilen direkt an sogar! Dass wir das relativ schnell gemaxed haben! Oder TP-Boost! Oh, das ist eine gute Idee! Weil die brauchen auch mega viel, bis die auf Max-Level sind! Und das heißt, wir kriegen halt direkt einen richtig fetten, äh... Boost für unsere HP! Ich glaube, das mache ich! So, wir machen es erstmal so! Und nachher, wenn ich die neue Buffer equippe, machen wir, ähm... den Ausweich-Rundumschlag wieder rein, glaube ich! Und die hat auch schon, also... Die hat auch schon die, die meisten Sachen hier auf Level 2 direkt! Das ist auch cool! Wir kriegen eh gleich noch einen neuen Charakter, glaube ich! Dann geht das ja noch umso besser! Cool! Das war doch ein guter Anfang! So, und jetzt wollen die, dass ich hier wieder reingehe, ne? Aber... Haben wir sonst noch irgendwas hier zu tun? Die... 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 Chetlys Bitte! Was ist denn bitte... Was ist denn seine Bitte? Ist das, äh... Mit der Beschwörung? Dass ich Ramu killen soll? Wahrscheinlich! Ah ja, genau! Und der Typ will ich, dass ich diese... Flyer da finde! Ne Menge Side-Missions direkt! Lass mal erst... Ich will jetzt erstmal hier so ein bisschen die Hauptquest weiter machen! Nachdem wir jetzt erfolgreich... Champion wurden von Ford Condor! Ah! Ich glaube, das ist unser Partner! Unser Teammitar! Was hast du denn? Larmarsch! Was? Was? Just thinking how you're nothing like your old man. Anyway, it's nice to meet you. I'm so happy to meet you. I was lucky enough to learn how to fight you. So Gigachat-Kopf-Form, ey! Yeah... I don't wanna talk about him. Let's talk about something else. Like how you've adjusted to life here. Indulging in adult past times. Which I guess means, drinking yourself stupid. Last thing I need is my partner stinking like an over the hill has been. Gigakun, yeah. Speaking of drinking, you been to the happy turtle? If you're part of operation down in one, I take it back. I am there next time you go. Don't worry, I can do adult stuff just fine. Well, I don't even know where to begin with all of that. But I do know I haven't heard of operation down in one. At any rate, I'm looking forward to working with you boss. Wisst ihr woran der mich erinnert, an was für'n Typen? Ähm, dieser komische Captain da von Mulan. Ich hab seinen Namen vergessen, aber dieser Mulan-Typ, der halt die ganzen Leute ausgebildet im im Treading-Scan. Be your man. After we get the material, we can celebrate your promotion at the happy turtle. Yeah, yeah. Stupid bird. He says the merchandise is good to go. Handle's at the depot and municipal station. Okay. Yuffie, Sonon, do you mind coming along? Not at all. You need to scope out the city anyway. Really get to know the enemy. We'll be passing through a rough part of town, so you'll want to go prepared. I'll leave you to get ready. Hit me up outside when you're done, okay? Be right there. Be right there. Sonon stärken. Sonon kann im Kampf nicht aktiv kontrolliert werden. Oh, was? Okay. Aber du kannst ihm mit R2 Befehle erteilen. Huh. Mhm. Also den können wir nicht kontrollieren. Ist ja schade. Kann ich ihn wenigstens ausrüsten? Ja, okay. Der hat ja nur rosa Zeug, ey. Gegenstandsboost. Autovita. Äh. Erstschlag ist okay. Propozi... Okay, er ist quasi unser Tank. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann würde ich doch klotz sagen, ich gebe dem Analyse. Und dann machen wir hier bei Yuffie wieder den Ausweichrundumschlag rein. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. die beste Spielerin soll derzeit ein junges Mädchen sein. Bei Shinra, vor Shinra. Es ging gerade los, sie ist gerade nach Midgard gekommen und schon ist sie eine Legende. Miau. So, Yuffie, what do you think of the Undercity? Way too crowded, I can't stand it. Ugh, stench. How can anyone live here? Gotta agree with you about the smell, but you get to use it quick enough. And the crowds stop bothering you eventually. The place can grow on you if you give it a chance. Uh, wait a second. Are you actually saying you like it here? I thought you hated it. Midgard isn't the enemy. Shinra is. I know W's don't really see the distinction, but we do. Then, what was that stuff on the news? About a reactor blowing up and all. No way, that was an accident. It had to be Avalanche. Shh, sorry. Uh, what's up? Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Hm? Wow, look who it is. Loving your work. So how many reactors is that now? Wait. Where's Cloud? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. A little fall ain't gonna stop a hard ass like him. Um, he'll come swaggering back before long. You mark my words. Yeah, I guess he will. Now, can we talk about President's shithead? Spouting all that crap about us? That lying son of a bitch? Working for Wu-Tai? Avalanche ain't nobody's- Don Corneo has his stooges out lookin' for ya. Huh? Is that so? Tchow. Don't got time for no low-level mobsters. We got Shinra in our sights. Tifa. You and I both know this is far from over. Right? Might as well get some rest while we still can. Right. You know what? I think I am gonna look into this. Good luck out there. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? Nah, better not. After what they've done, you gotta assume Shinra's on their tail. Should keep our distance. Yeah. My thoughts exactly. We proudly carry more time. Seven heavens, my happy... The people in the Splinter Cell, they couldn't care less about collateral damage. Long as Shinra goes down. So what's wrong with that? Sounds good to me. We're not out to blow Midgar up or tear it down. We want to save it from Shinra. Look around. Nine out of ten of the people living here are innocent bystanders. We can't level their home to take down one company. Well, that company almost leveled our home. And they've got to learn their lesson. Yeah, I get that. Gotta admit, I'm surprised you agreed to work with us. We're just doing what we think is necessary to build a brighter future. That's all there is to it. In other words, you're working with us, so we don't work with your old buddies. Yeah, chill. I wanted to just look at what it's here. Can we table this for later, maybe? I'm not sure now is the best time for heavy topics. Yeah, couldn't agree more. Consider it tabled. So, what exactly does this Ultimate Materia do? I'm guessing you have big plans for it? Like after we steal it? Well, the more Materia you have, the stronger you are, right? So once we've got the Ultimate Materia, we'll be stronger than anyone! I guess you will. It's gonna be awesome! And not just that. By sneaking into Shinra HQ and snatching their most prized possession from under their noses, not only will we deal a massive blow to their morale, but we'll prove to them that while Wu-Tai might be down, we're not out. Is that the gist of it, boss? Sure is! See that one? Well, hello there, Hotstuff. How'd you like a shot at the big tower? Die sehen halt noch nicht mal ihr Gesicht ordentlich. Das ist halt direkt so, oh, du bist ja ne Geile, ey. Achso, sie meinen sie. Achso, okay, 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 fair. Alles klar, okay. Okay, das ist gut. Das ist gut. Nice bait. Is that it? Which makes you a person of influence, right? Oh, so you know your stuff. But I'd say I'm more of a helping hand. So why don't you help me help you? Let's get going. What are you doing? Get your hands off me. Now don't go playing hockey. No! Oh! Yeah! Oh! No way, kids who can do that? No, you don't. Because I'm an adult. Also, I'm pretty hot stuff myself. Thank you very much. Ha! Sure. Whatever helps you sleep at night, little girl. Well, if you want to pull up the seat at the grown-ups table, be my guest. Okay, turn it to all. Or the music. What the fuck? Was ist das hier, Devin' May Cry? Oh, I am in Jutsu Oh, I am in Jutsu Das ist auf jeden Fall fairer Kampf Oh, I am in Jutsu Oh, I am in Jutsu Oh, I am in Jutsu Also, die Art von Musik hatte ich wirklich nicht erwartet hier Oh, das ist cool Oh, I am in Jutsu Das war, das war super Das war sehr gut Okay, also so haben die Tiefe bekommen Ich verstehe Und wie wissen Sie, wie das sieht Ich sah es, als ich das Gebiet Ba 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 ba! Genau die hier Im kleinen Zieh natürlich. Schon wieder. Oh, Shinra so gonna get it. If it's Shinra, you've got beef, but you'll be needing these. Can't access the plate without them. They're gonna scan for those things on the train, so make sure to keep them on you. Thank you. Hey, hold up! Try it. You'll love it. Die Nuss wieder. Materia Researcher. Ich mein... Joa, passt. Ich hasse übrigens seine Kombination von diesen Socken und den Schuhen. Sieht so dumm aus für mich. Hahaha. Hört ihr alles fit, ja? Freundschafts-Armband? Äh, verringert den Verbrauch von ATB im Synchronisationsmodus. Sure. Oh, Dämonenarmreifern. Habe ich den denn bekommen? Oh shit, der ist gut. Genau. Und hier haben wir die Ability auch gelernt. Das heißt, ich kann jetzt rüber switchen zu dem Boomerang. Boomerang. Und wir haben eine Million neue Slots. Was mach ich denn da alles rein? Ja. Ja, genau. Die Socken und dann noch eine Dreiviertel. Ugh. Schlimm. So. So. Als erstes will ich mit dem... Moment. Erstmal gebe ich das hier an Yuffie. Weil wenn Yuffie mit Erstschlag startet, ist das geil. Da kann ich nämlich direkt, wenn der Kampf losgeht, kann ich meine, ähm, mein Ninjutsu schon direkt auf das richtige Element switchen. Das ist ziemlich gut. Äh, dann lasse ich ihm das Gegenstand-Ding. Analyse. Provodieren für Tank-Shit. Und dann will ich auch magische Verkettung bei ihm. Und wir geben ihm dann immer das Element, was gerade gut ist gegen die Leute. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir erstmal noch gegen Menschen wahrscheinlich größtenteils kämpfen. Deswegen gebe ich ihm mal Blut mit. So. Und da haben wir noch eine... einen Friend-Slot hier bei ihr. Da kann ich entweder ein anderes Element reinmachen, aber... Ich finde halt, dass sie... Sie braucht halt die Magie überhaupt nicht. Dadurch, dass sie halt diesen Ninjutsus hat. Und Zerstörung muss ich nicht leveln, weil das eh schon gemax ist. Das würde ich dann wirklich nur reinmachen, wenn es unbedingt sein muss. Wenn irgendjemand halt eine... eine Barriere benutzt. Ja, wahrscheinlich gebe ich ihr dann... Einfach mal... Gewitter für die Variety oder so. Ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, Chat. Der Typ ist nicht unbedingt sehr fashionable. Ich würde so lachen, wenn der Fogi jetzt auf ihren Kopf scheißt. Das wäre so lustig. Kommt einfach so eine Taube an, hockt sich bei ihr auf den Chair und kackt einfach. Das wäre so geil. Was? Der S7-Pillage? Der S7-Pillage? Insofern known als... Der Ruf des Slams. Aber es ist eine ganz geringe Heilung. Es ist nicht besonders gut. Chakra ist nur gut im Hard-Mode, wenn du keine Items und so benutzen kannst. Ich finde, wenn du mich fragst. Es ist hohe Zeit, dass die Dinge hier abgehoben sind. Du möchtest, in der Fahrbahn zu leben, hm? Ja, ich bin kein Garten- und Variety-Lutaiant. Ich bin ein rareer Blum. Mehr als eine Mühle. Oh, ich werde das so benutzen. Was ist das? Almost da. Es ist noch ein... Hey, das ist Gigi. Du bist richtig. Hör auf. Hey, ich spreche mit dir. Entschuldige mich! Well... Äh... Äh... Schau, ein Logo! Hm? Alter! Hinter dir ein dreiköpfiger Affe! Ich gehe zurück und erzähle den anderen, was passiert. Das ist die Musik hier. Gесяch, ein Baby! Oh, das ist gewollt! Ach大哥, mein Baby! Am besten hast du eine Idee, was Gigi tatsächlich gemacht hat? Was auch alles, er hat. Was überhaupt noch, er hat es für uns gemacht! Aber jetzt fühle ich es. Ich fühle mich ab. Gar nicht für diesen Boss, nicht. Ach, was für den Boss! Ja. Ja... Richtig Banger hier. Schon wieder ne Waffe? Für ihn, okay. Was kann er denn überhaupt? Was hat er denn für ne Abilität? Führt eine Reihe von Angriffen aus und fügt dem Gegner im Anschluss großen Schaden zu, wenn er mit dem Kampfstab aufgespießt wird. Mit einem Stab aufspießen, ja? Lese ich das richtig? Okay. Erhöht vorübergehend die Angriffskraft und fokussiert die Angriffe auf den anvisierten Gegner. Okay. Dann probieren wir das erstmal so ganz schnell zu lernen hier. Wow, was ein Trick. Und der andere, der schießt nicht einfach los. Natürlich ist er erst komplett überfordert. Du kannst ihn dir selbst fragen, wenn er sicher ist. Komm schon. Weeeeee! Weeeeee! Und erhält die Marathon auf den Karten. Wenn wir von Karten haben, dann hab ich dir das. Um Schade zu verbrechen! Er hat mit uns geschenkt! Ist das eine Art Faktorie oder etwas? Das ist mir drauf, an dem Ort, dass ich nachher nahe bin, als ich zusammengeöst habe. Und wenn es so ist, dann wird es nun gehen mit Monster. Wir haben dir jetzt! Die Musik! So, Synchronisationsmodus. Genau, davon haben wir geredet. Mit L2. Synchronisation, Wirbelsturm. Ne, wir machen hier Furinkasan. Oh shit. Wow, okay. Okay. Wow, das tut sehr weh. Das war eine Menge Damage. Natürlich, Monkey Island. Klassiker. Das war eine Pereira. De, 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 de de, 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 de... Ich muss mit beiden Also ich kann theoretisch mit beiden halt die Fertigkeit benutzen oder ich mache Synchronisationen. Auslöscher-Schütze? Was ist das denn? Schlüssel-Item. Genau, oder ich synchronisiere und dann benutze ich quasi mit beiden ein ATB. Und dann ist es aber stärker. Also ich glaube in den meisten Fans will ich glaube ich synchronisieren wenn ich kann. Sorry. Sorry. We should radio the other squads. Aha, I've been looking for you. The hell? The hell? I hate these guys. Let's go. No. Ach타wa Was ist es sicher? kh Tanner Noo Und dann Wir suchen einen Schalter. Where could it be? Oh, da ist noch Materia. Als Wasch-Esch, der Materia-Hunter, kann ich da natürlich nicht einfach weitergehen. Wir sind hier ganz im Charakter. So, ich will, dass er auf jeden Fall direkt mal gegen die ist wahrscheinlich in Luftgut. Ja! Symbolisierend. Okay, aber das, das kann ich nicht. Oh mein Gott. Das ist gar nicht, was gerade passiert ist. Ha, 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 ha. Ruhst wie ein Chocobo? Ich meine, ich glaube es könnte besser sein. Was? So, was haben wir denn hier? Loot! Gebet! Was ist denn Gebet? Er ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Gebet, mit der die TP aller Gruppenmitglieder geheilt werden können. Oh! Oh! Also ist es genau das gleiche wie Chakra, nur auf alle. Äh. Ja, kacki. Ha, ha, ha. Kacki. Du, 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 du. Oh, sie macht hier krassen Ninja Naruto Run. Ja! Ja, ha! Ach. Ah. Hm. Hey, du denkst, dass Niall okay ist? Sie ist ein Obel, weißt du? Sie wird gut. Du wißt du, sie ist eigentlich ziemlich cool. Ich fühle mich schlecht zu sagen, aber nach dem, was zu Hause passiert ist, ich glaube, dass keiner in Avalanche auf sich verraten kann. Sie waren alle das gleiche als diejenigen, die ich trage. Ja, ich kann mir vorstellen. Aber es sieht aus, dass die Avalanche viel verändert hat, seit diesem Weg. Der Typ am Schlagzeug, der geht richtig ab. Komm schon! Jetzt kommt noch ein Saxophon-Typ dazu. Oh-oh. Tod. Genickbruch. Jetzt hast du es geschafft! Wenn das終了 ist, dann wirst du es gut gemacht! Enjoy deine Freiheit, während du kannst, Gigi! Ha! 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 Herr & Aber ich muss wirklich ausweichen wenn das jetzt funktioniert. Das ist übel. Die Ability hier wird schwer zu meistern glaube ich. Das fühlt sich sicher nicht wie gewinnen. Gozu Speicherchip. Gozu. Gozu. Ein Speicherchip der Daten des Dämons Gozu enthält. Entfaltet seinen Zusatzeffekt wenn er mit dem Rüstungsgegenstand Dämonenarmreif kombiniert wird. Okay. Okay. Krasse Dämonenpower. Schon wieder eine neue Waffe. Willst du mich verabschieden? Ich komm gar nicht hinterher mit Lärm. Ach komm ey. Den Gegner mit maximaler Angriffskraft treffen während diese Fertigkeit auf Stufe 3 ist. Umso stärker je mehr ATB man für andere Kommandos aufgewandt hat. Oho. Looks like our ticket across. 10-4. Be there as soon as we can. Unit 3 says they've got the suspect detain near Pillar Maintenance. You better not keep them waiting. What? Pillar Maintenance? How'd they let him get that? Hell if I know. Come on. You heard the man. What? Boss, no! Freeze! Ze posted! Who will bring Shinra to his circle to Z of me? But that's the last thing he needs to do? Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelea Komm, greif mich an, greif mich an, komm. Greif an! Greif an! Hallo? Greif doch mal an! Hier geht's! Ja-ha! Das ist so schlimm. Warum hast du Menschen so hart gemacht? Du kannst es nicht gewinnen. Du kannst dich zu töten, eine dieser Tage. Hm, sicher, egal. Jetzt, wie finden wir GTX? Ich habe eine Idee über das. So, lass uns gehen. Ist das, dass ich mehr mache, wenn ich viel habe? Oder mehr, wenn ich wenig habe? Weiß man halt nicht, ne? Müssen wir ausprobieren. Oh,лnd. Oke. Siehst du die große Struktur vor dem Zeich? Das sind die Pohr, die die Schronen sprechen. Zwisch uns die Nachsten in den Händen von zwei Bezigen. So? Wie funktioniert das? Ja. So funktioniert für mich. Komm! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, gemeistert, alles klar, okay. Bin ich froh, dass ich das weghabe. Da muss man halt mega aufpassen, dass man das wirklich genau im richtigen Moment einsetzt. So, das heißt, jetzt kann ich bei ihr switchen auf die Stahlsiche. Und er hat nur, was, das sind nur zwei Slots? Moment. Mal gucken, ob ich das fixen kann. Zumindest kann ich es auf drei Slots erhöhen. Ja, da mache ich Gewitter einfach wieder aus. Habe ich ja eh nicht benutzt. Stahlsicher. Sehr schön. Und er ist immer noch nicht fertig. Ach, der muss, der muss Gegner wirklich damit töten, damit er den Bonus kriegt. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Du, 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 du. Hm. Hm. Nichts zu stehlen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, ich hab nicht meine Phoenix-Feder? Oh, shit. Na dann. Dann machen wir doch mal. Ach so, ich muss, okay. Ich muss anderes Zeug benutzen erstmal. Und dann steigt der Level hiervon. Boah, das ist aber... Da muss ich ja mega viel anderes Zeug benutzen. Das dauert ja ewig. Das hab ich jetzt davon. Das hab ich jetzt davon. Ich will doch meine Abilities lernen. Also entweder mach ich irgendwas falsch oder die Ability ist richtig nervig. Weil irgendwie muss ich andere Abilities benutzen, damit die Level sind. Und ich krieg erst den Bonus, wenn ich das auf Level 3 benutze. Und das dauert anscheinend ewig. Christokan! Hallo! Symbolisation! Yeah! Yeah! Damn! Ninjutsu! Okay, also jetzt hab ich's auf Level 2. Okay. Reicht noch nicht. Warte. Das reicht doch nicht. Weiter, 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 weiter. Das ist immer noch Level 2. Das ist viel mit dem Sterben halt. Was ist das für eine Scheiße? Okay, also ich brauch stärkere Gegner dafür. Scheiße. Was macht das? Äh... 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 Für irgendwas war das bestimmt gut. Was macht das? Mit der Winter ist das nicht so gut. Was macht das? Das ist mal. Oh. Oh. Ah! Runter! Das wäre es aber... Öp! Haha, danke. Oh, es ist vorbei! Die Völker sind gestiegen, ja... Also momentan habe ich keine Ahnung, wie ich jemals diese Ability auf Level 3 kriegen soll. Weil die Gegner einfach nicht genug aushalten dafür. Ich glaube, ich muss mir das echt merken, dass wir das bei einem Bossfight oder so machen. Was war... Oh, das... Ja... Ich meine, es ist ja relativ simpel. Also... Vom Verständnis her ist ja klar, was wir machen müssen. Es ist halt nur, dass die Gegner einfach viel zu schnell sterben. Also... Ich muss es wahrscheinlich später machen. Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay. Moment, dreht sich das hier auch? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist eine gute Idee, dass ich wirklich nur so Sachen benutze, die keinen Schaden machen. Und das halt die ganze Zeit so rumspannen. Also... Ich hoffe mal, dass das damit auch levelt. Okay, oder auch nicht. Verdammt doch mal. So, er hat seine Fertigkeit jetzt mal gemeistert. Puh. Dann kann er jetzt auf den Kampfstab switchen. Er hat hier weitaus mehr Slots. Das ist schon mal cool. Ich glaube, ich gebe dem sogar... Ich gebe dem einfach mal dieses Gebet. Einfach damit ich noch irgendeine Ability habe, die ich einfach spammen kann, die keinen Schaden macht. Levelt Verbannung nicht auch durch einfache Benutzung? Ne, Verbannung ist einfach... Das levelt mit FP. Oder meinst du die Fähigkeit selbst? Da steht halt spezifisch dabei, dass man es auf Level 3 benutzen muss. Für den... Also um es zu lernen. Mindestens Level 3. So. Moment. Moment. Oh. Ja, das... Im Deutschen ist das ein bisschen komisch übersetzt. Der Bonus ist das, was levelt. Also wenn du den Bonus nicht bekommst, dann levelst du auch nicht damit. Oh, habe ich verkackt? Ne, hä? Wie komme ich denn da hoch? Äh... Äh... Ach, da. Oh, Alter. Okay. Aha. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay, jetzt komme ich zur Material. Ah. Ah. Clever. Was bist du? Elementar Affinität. Uh. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ideal wär's. Wenn der jetzt nen Verbindungszock kriegt. Kriegt der aber nicht. Fuck. Schwalte. Ja. Schade. Egal, wir merken uns, wir merken uns, wir haben Elementar Affinität, wir brauchen nur noch einen Slot, der verbunden ist. So, den kriegt er, wenn den Gegner besiegen, während der Effekt anhält. Okay, das ist relativ unwirksam im Synchronisationsmodus, okay. Also wir benutzen seine Ability, um seinen Angriff zu boosten und wir synchronisieren nicht währenddessen und dann soll er einfach den Gegner töten. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebacken. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir ein bisschen später. Das ist eine Art, wenn wir nicht mehr in den Kampf haben. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen sehr, 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 sehr. Das ist ein Schöne. Ah! 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 Bester Ninja-Evo. Hä? Aber ne, ich brauch ja genau das Gegenteil. Also ich brauch ja, ich brauch stärkere Gegner, damit die mehr aushalten. Sonst gehen die Kämpfe nämlich nicht lang genug, dass ich das Ding auf Level 3 krieg. Aber der hier zum Beispiel sieht relativ taff aus. Also vielleicht schaff ich's ja bei dem. Wir erstmal analysieren. So, der ist schwach gegen Feuer und Eis. Man kann ein Elixier klauen? Holy fuck. Okay, dann. Stehen fehlgeschlagen. Ja, super. Stehen fehlgeschlagen. Stehen fehlgeschlagen. Stehen fehlgeschlagen. Also ich kann's ja mal kurz zeigen. Hier, wir haben jetzt schon so einige Sachen benutzt, ne? Jetzt ist unsere Verbannung hier. Verbannung heißt es. Ähm, ist jetzt auf Level 2. Das reicht immer noch nicht. Wir müssen's auf Level 3 kriegen. Nämlich auf die Höchststufe. Es ist immer noch Level 2 und der Gegner ist fast tot. Das ist das Problem nämlich. Das ist das Problem. Der Typ hat jetzt auch schon Limit Break und alles. Gebet. Okay. Jetzt ist es Level 3. Guckt euch das an, wie lang das gedauert hat. Das ist doch crazy, oder? Jetzt bin ich bereit, um rumzeln. Wow. Okay, ich meine, es macht fett Damage, also. I'm not gonna lieb, aber. Es ist schwierig, das wirklich auf Level 2 zu kriegen. Da braucht man wirklich so ein bisschen, ja, toughere Gegner auf jeden Fall. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie schnell das überhaupt levelt. Okay. Dafür muss man es wirklich nur einmal machen. Okay. Dann hat sich das jetzt erledigt. Es war schwierig zu machen, man musste es aber nur einmal schaffen. Wir haben's direkt gelernt. Okay. Mesu-Speicher-Chip. Je geringer die MP, desto höher der erteilte Schaden. Oh. Das ist cool. Dann kann ich nämlich einfach MP spammen die ganze Zeit. Hm. Das ist nett. Vor allem kann ich außerhalb des Kampfes, kann ich einfach meine MP benutzen zum Heilen. Dann haltet ihr dann immer schön low und dann mache ich guten Damage. Das ist auch nice. So, Yuffie hat jetzt erst mal alle ihre Sachen gelernt. Notiz von Chichia? Äh. Ach, guck mal da. Da sind Hinweise für die Flyer. Ah. Den einen hatten wir sogar gesehen. Das war dieser schwebende Luftballon bei den Katzen. Notiz von GGL. Nimm das Transportband durchs Lagerviertel und probiere deinen Shuriken an den Küsten aus. Ja, ist halt echt so. Also ich habe mir gerade so Mühe gegeben, einfach die Sachen zu spammen, die keinen Damage machen. Trotzdem hat es halt ewig gedauert. Aber okay. Dadurch, dass man es denn nur einmal schaffen muss, ist es nicht so gut. Aber es wäre halt richtig müß gewesen, wenn du das irgendwie zehnmal machen musst oder so. Ja, das ist halt richtig müß gewesen, wenn du das nicht mehr schwebende, wenn du das nicht mehr schwebende, Alter, diese Zerstörung. Oh, okay, was the Pistons group? Oh, fuck. Oh, okay. What? Okay. Physics. Physics. Ah. No. Ich hoffe, ich habe nichts Ultra-Gutes verfasst. Weil ich schätze mal, die hinten da ist nichts reingepackt, was irgendwie sowas wie eine Waffe will. So, das heißt, wir müssen jetzt noch seine Sache meistern. Und dazu müssen wir eigentlich nur den Buff benutzen. Das klingt gar nicht so schwer. Ah, Buff benutzen und er muss dann aber noch wen töten damit. Während er den Buff noch laufen hat. Während er den Buff noch laufen hat. Okay. Wir müssen dich festhalten, Boss. Wir können nicht mehr Fehler machen. Wir müssen nicht mehr Fehler machen. Hallo. Hallo. Hallo da oben. Hier bitte. Megatrank. Oh. Die kaufe ich direkt alle. Hahahaha. Moment. Ich hatte zwölf Frühlingsfedern. Warum habe ich die nicht gefunden? Gerade im Inventar. Okay. Bei so einem guten Angebot kann ich nicht Nein sagen. Oh. Hier gibt es auch direkt die richtig krassen Sachen zu kaufen. Also ich bin ja Fan von diesem Hyperschutz, Ralf. Weil meistens braucht man halt wirklich mehr Abwehr als magische Abwehr. Was haben wir hier noch? Willenskraft, Magie, Vitalität, Stärke. Wiederbeleben wäre halt auch. Die Sache ist, ich finde aber den Dämonenarmreif, den sie hat, finde ich ganz cool. Ich glaube ich kaufe dann einfach nur einen Hyperschutz. Den ich dann ihm gebe. Er ist ja sowieso eher so der Tank hier. Ja, das passt. Und mit ihr bleibe ich, glaube ich, einfach auf diesen Dämonendingern. Ich gehe mal davon aus, man findet vielleicht noch mehr von den Chips. Also mit der Bank ist das natürlich doof, ne? Weil wenn eine Bank da ist, dann habe ich wieder volle MP. Das heißt, jetzt mache ich wieder weniger Schaden. Ich wächst mal wieder auf Gozu dann. Achso, ich will die Shortcuts auch anpassen. So, ich möchte nämlich auf L1 und Kreis, hätte ich gerne diese Ausweichfähigkeit. Ob das andere Zeug passt. Und hier mache ich vielleicht Stehlen hin. Falls ich wirklich mal irgendwas klauen will. Dass ich das Spammen kann einfach mit dem Shortcut und nicht immer ins Menü muss. Das finde ich ganz nice, so wie das ist. Klum, 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 klum. Jetzt spüren es! Wer hat dir diese Informationen gegeben? Oh, sein Name war etwas wie Heidegger? Wrong answer! Ich werde dich wieder fragen. Okay, okay, ich werde dir sagen. Es war Rufus. Du sagst nicht. Oder war es Ojo? Das war's. Gschlecht, Gsch. Ready für das, Boss? Wollte, bereit. Great. Ich bringe sie auf, du hast die Seite. Du gehst unseren Schein. Eine Diversion, oder? Ich mag es. Aber nicht vergessen, ich bin die Lileg. Hey, ihr, Sie evildoers! Over hier! Ich meine ablenken tut sie auf jeden Fall. Wow. Oh, okay. Wer bin ich wirklich? Nur ein Kind. Hey, who are you calling a kid? Award winning performance boss. Who are you winning? We're giants. Got eyes on hostile, requesting backup. Oh shit. Gigantopedo. Gigantopedo. Hier brauchen wir auf jeden Fall. Gewitter. W-h-h-h-h-h-h. Not good. Not a thing of lightning, huh? So, okay. So, okay. Und dann hier unsere Move auf den Kopf. Blitz auf Schwanz, Blitz auf Schwanz, Blitz auf Schwanz. Ich glaube, ich habe ihm doch sogar, nee, okay, Feuer und Aero gegeben. Okay. So, jetzt aber hier Synchronisation auf Kopf. Okay. Dicker Damage? Jawohl, sehr gut. Ich gehe auf Schwanz und Blitz, 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 Blitz. Wenn ich das auf Level 3 kriege, dann holy shit. Oh, es hat ab. Wohin des Weges? Ich gehe auf Schwanz. Ich kann den Schwanz nicht anvisieren. Ich gehe auf Schwanz, Blitz, 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 Blitz. Ich gehe auf Schwanz. Ich gehe auf Schwanz. Okay. Was ist das denn überhaupt für ein Konstrukt? Wozu ist es da? Wofür wurde es gebaut? Oh, ich gehe auf Schwanz. Was? Oh ja, auf Schwanz mit? Mit Level 3. Oh ja. Okay, okay, okay. Ich habe den Plan hier. Ich habe den Plan. Wir machen erstmal Synchronisation hier auf Kopf. Ich habe die Es ist immer noch, es ist immer noch Level, aaaah. Gib mir Level 3. Aber jetzt haben wir hier wieder die hohen Dinger. Wie sollen wir diese Dinge holen? Oh, man kann die auch chainen. Oh, okay. Das ist natürlich gut. Oh, Limit Break. Limit Break. Haha. Nice. Nice. Haha. Was ich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte die ganze Zeit diese Synchronisationsmoves benutzen. Auf den Kopf, bis ich dieses, äh, Verbannungsgedöns auf Level 3 hatte. Und das hätte ich dann auf den Schwanz gemacht. Weil das ja gleichzeitig auch das Element hatte von dem Nejutsu. Wetter so ein richtig fetter, äh, Gewitterruf gewesen, aber. Ich hab's mal wieder nicht auf der Wetter reingeschafft. Haha. Nothing less than the destruction of Sector 7. Haha. But, whatever it is they're planning, you're better off out of it. Right. I'm gonna go report to the others. Good luck up there. See you soon. Yeah. It is what it is, ja. Ich, ich sollte, ich sollte wahrscheinlich gar nicht auf dieses Level 3 überhaupt. Ja, ich sollte das gar nicht zu meinem Ziel machen. Das ist natürlich geil, wenn's funktioniert. Weil das ist ne Menge Damage. Aber ich sollte einfach das andere Zeug so gut benutzen, wie es geht. Und wenn ich irgendwann sehe, ja okay, das, hier Verbannung ist jetzt auf Level 3 oder so. Oder vielleicht sollte ich's einfach auf Level 2 benutzen. Das ist wahrscheinlich schon gut. Hm. Muss ich mal testen. Muss ich mal testen. Oh oh. Da ist wohl jemand aufgeflogen. Ich weiß nicht, dass sie es nicht auf dem Militär gekommen sind. Wie Schäden, die Flügel fliegen. Wahrscheinlich besser, wenn wir nicht rumhängen. Lass uns den Trennen. Okay. Ich frag mich immer, wofür dieser Handschuh gut ist, den sie da hat. Also dieser fette linke Handschuh. Sie erinnert mich so ein bisschen an sowas, was man anhand, um Hunde irgendwie zu trainieren. So von wegen hier Fass und so. Machen die das nicht mit so einem fetten Handschuh? Ich meine, das hätte ich mal so gesehen. Ja, vielleicht ist das echt so lore-mäßig, dass die da ganz viele Monster in Wutai haben, die halt so, weißt du, so zubeißen. Dass das irgendwie so eine Art Schutz ist gegen solche Dinge. Das stimmt, ja, stimmt. Das müsste eigentlich komplett, ja. Oh, stimmt. Ja, es ist immer so eine Art Schild. Ach, es wurde überklebt. Ah, okay. Also irgendwie hab ich jetzt Bock, ich hab Bock, diese Flyer zu suchen. Ähm. Okay, Moment. Einer ist an einer Tafel angebracht, das war der zweite also. Ein paar Kinder haben einen Flyer. Kinder, okay. Kinder hängt von einem Gebäude, das eine gute Bekannte vom alten Schnapper verwaltet. Eine Katze hat eins geklaut. In der Nähe der alten Fabrik. Was ist denn die alte Fabrik überhaupt? Das hier? Ja, Fabrik. Ich höre doch auch schon wieder die Musik hier. Okay, also da kommt die Musik her. Momentan habe ich so die Idee, dass die Musik immer in der Nähe ist von so einem Teil. Vielleicht irre ich mich auch, aber. Ah. Oh. Hallo. Schon wieder ein Chakra. Die Sache ist halt, also ich, meine ATB ist so viel schneller oben als seine. Nein, das ist crazy. Ich vermute fast, dass das Plakat hinter irgendwelchen Garten, Kisten hängt, die ich wahrscheinlich kaputt machen muss. Just leave us alone, will ya? Aber die macht echt Spaß zu spielen, also wirklich. Das haben die echt geil gemacht. Das macht richtig Laune. Oh. Ich kann ja einfach auf Distanz bleiben mit ihr. Ich kann die ganze Zeit einfach nur so, hier, auf Distanz und dann... Ninn, Jutsu, Ninn, Jutsu. No way. No freaking way. Let's do this. Alright. Owiet einen, oder It р The Baldigung! Ich bin ja zu massiven Klemmen! Ich bin ja zu massiven brake! Ich bin ja zu massiveneroidiger! Man kommt dieiantil Woche! Ja sind das! Es gibt ja die dreamed! Können sie einen? Hat er noch seinen Buff? Ich glaub nicht. Geh, dann chill ich jetzt einfach. Ich chill, 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 ich chill. Immer noch am chillen. So, Kampfgeist. So, jetzt töte. Töte. Komm, go. Hallo, töte. Tu doch was. Alter, Alter. Diese KI, Mann. Erstschlag. Noch einer. Was ist das? Ja. Gekombiniert mit dieser anderen Musik. Happy Turtle. Rar, 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 rar. 777 Gills. Nice. Lucky Number. Rar, happy turtle. Mir tut das echt weh, wenn sie da drauf springt mit ihrem Hintern. Vor allem hat die jetzt auch nicht so viel Sitzfleisch da, dass das irgendwie angenehm sein könnte. Der ist ja nur Haut und Knochen. So. Okay, das war das in Fabrik. Es gab jetzt noch Kinder, den Ballon. und Katze. Hm. Kinder. Vanon. Katze. Und Gebäude von irgendeinem Bekannten. So, genau. Genau das, das hier wollte ich die ganze Zeit machen und ich durfte nicht. Jetzt darf ich. Jetzt darf ich. Genau das wollte ich machen vorhin, als ich hier zum ersten Mal war. Und es ging nicht. Wahrscheinlich musste man erstmal die Quest kriegen. The Gumshoe Ninja strikt again. Do, 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 happy turtle, yeah. Jetzt bin ich würdig, genau. So. Kinder? Katze? Könnte hier sein, auf jeden Fall. Ha. Ja, die Katze könnte halt überall sein. Und ich glaube, wir wissen genau, wo sich hier der Flyer befinden soll. Oh, ha? Go-Go? Oh, darf er mich nicht sehen? Lass dich dich vom Hund bemerken. Komm, geh wieder schlafen. Sehr brav. So, jetzt nicht gegen den Eimer ran. Easy. Das bringt sehr merkwürdig, dass sie einfach ihre Hose immer ausgeträgt. Äh... So, jetzt fehlt nur was mit der Katze. Eine Katze. Katzen. Ich meine, Katzen sind hier wirklich überall, aber... Oh, die Katze! Was tut denn? Hallo? Nimm! Widerstand. Oh, das ist auch gut. Schade. Ich dachte, das wäre hier, weil... hier auch viele Katzen sind. Ich habe sogar alle außer diesem einen, ne? Also, Katze. Katze fehlt. Wo könnte denn die Katze sein? Hier irgendwo dazwischen, vielleicht. Hallo? Any... Any Kat? Katze? Katze? Ich meine, bei Wedge sind da immer viele Katzen. Hier spielt ihr auch die Musik, das muss hier sein. Ach nee, Quatsch, hier war... Hier war der Ballon, ne? Ach, stimmt, hier war der Ballon. Happy Turtle! Happy Turtle! Shit! Hä? So, what can I do you for? The one I put up in culvert streets vanished too. Swiped by one of those pesky cats. Oh, oh. Oh, if you overhear any songs, jams or grooves about the happy turtle, be sure and follow the joy and cheer that away. Okay, das hilft jetzt auch nicht viel weiter. Happy Turtle! Es hilft ja nichts, wir müssen einfach rumrennen, bis wir irgendwann die Katze finden. Ich gehe nochmal hier hoch. Oh, weg da. Vielleicht ist ja hier auch ne Katze hin. Weil ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass die hier irgendwo sind. Oh, ich will nur, dass das jetzt übergehen. Ich habe keine Zeit für kleine Friesen. Nee, das ist schon zu weit weg. Ja. 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 Du, 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 du. Ich bete, ich kann ihn erst aufhören. Ich kann ihn erst aufhören. Katze! 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 Wieso? Das gibt es doch nicht. Mhm. Moment. Vielleicht ist sie ja wirklich weiter weg. Ich guck mal hier hinten. Oh, wenn nicht der überhaupt. Oh, was? Lustig. Das sind die Geister. Ja. Das sind die Geister und sie kann sie nicht sehen. Das ist ja witzig. Die Plotgeister. Die Plotgeister verhindern, dass wir mit Baradon tiefer reden. Die ist bestimmt hier hinten irgendwo. Ja. Komm her. Die ganzen Katzen sind voll, die Happy Turtle Fans. Die Plotgeist. Oh, was ist das? Nope, we got the wrong cat. Different cat. Da ist sie. Gotcha. Flyer acquired. Stimmt. Gummy, Gummy, Gummy. Gummy, Gummy, Gummy. Well, well, well. That's a one, two, three, and a four, five. We have a winner. Three cheers for the Happy Turtles old conquering champion. Hit him, hooray! Hit him, hooray! Ich dachte gerade so, was ist... Hey, das hört sich ja voll komisch an gerade. Da kam gerade das Jingle aus meinem Controller. Speaking of which, here, for a fellow tough nut. Would you look at that? The chow beans. Does this mean what I think it does? Well, what do you know? A real life ninja paying old snapper a visit. Truth be told, I'd love to have you round to the bar. You got your hands full. Not to mention the whole underage thing. Still just a young and I suppose ninja. Well, I don't plan on moving from Midgar anytime soon. So once your shells seen a bit more wear and tear. Make sure, whip you up the finest food and drink this side of Wutai. Only the best for you. I'm on the way to my stress. Amplifikation. Oh, das ist auch mächtig. Oh fuck. Oh, wir haben so viele gute Sachen schon. Das hier benutze ich im Moment kaum. Ich glaube, das mache ich dann weg. Dann mache ich hier Amplifikation. Mit heilen. Dann haben wir ein AOE Heal. Oh yeah. Hier dieses FP Boost. Das zahlt sich übrigens schon super gut aus. Weil wir haben schon fast hier den ersten Level geschafft. Von TP Boost. Hm. Ja. So. Gab es jetzt sonst irgendwie noch eine Quest? Ne ne. Also ich habe das. Das Minigame habe ich durch. Die Flyer habe ich. Achso. Äh. Ramu. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja erst eine Chance. Ja. Ich kann es ja sagen, dass du bereit bist ... ... mit einer virtuellen Summon. Ich kann es dann sagen, dass du bereit bist ... ... mit einer virtuellen Summon. So. Erstmal Analyse. Mal gucken, was hier Sache ist mit dem. So. Wirksam Wind. Wie erwartet. Das Gegenteil vom Blitz. Also zumindest nach Final Fantasy Logik. Keine taktischen Informationen. Sehr gut. Er hat tatsächlich aber nur 15.000 TP. Das ist gar nicht mal so viel jetzt. So wir wechseln auf Luft Ninjutsu. Was ist das jetzt? Meini. Meini. Eeeeee! Fuck! I need to back out, back out! I'm on it. Wait. I'm on it. What? Let's go! I'm not coming to the train, I'm not coming to the train. Oh, I'll wait for it. Oh, I'm on it. I'm on it. I'm not going to... It's not bad. It's what you get when you're crossing your neck. Reicht's mir. Alter, die Effekte auf dem Bildschirm, ne? Was wird das jetzt hier? Darbruch? Okay. Okay. Du, 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 du 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 du. Nee, ich bin sie mit Heilen gerade. Ich bin sie mit Heilen gerade. So, da auf keinen Fall reinlaufen jetzt. Äh... Okay, was mach ich hier gegen? Keine Ahnung. Er macht vielleicht Limit-Break, tanzt das Draft. Ich kann da auch nicht durchrollen oder so. Okay, okay. Jawohl. Ich glaube, ich habe alles nicht gemacht, richtig? Wuh. Spendierlich. Dank an die Daten, die du während der Krieg gefordert hast, habe ich in eine neue Materie zu entwickeln. Einige könnte sagen, dass du schneller als das Licht warst. Und mit dem Lord of Leaven auf deiner Seite, your enemies will struggle to keep up. Cool, jetzt haben wir auch eine Beschwörungs-Material. So, und das war jetzt aber definitiv... Wir haben jetzt auch nichts mehr auf der Karte. Ist alles gecleared. Sehr cool. Ramu. Ich bin nicht falsch. this way, wir sind nicht mehr auf der Karte. Äh, wie sieht's denn mit Abilities aus? Sie ist ja fertig, ne? Ja, sie ist fertig. Und er... Nee, immer noch nicht. Bei dem komme ich nicht so gut voran, irgendwie. Können wir nochmal unsere Waffen hin, bisschen. Uh, neuer Waffenlevel. Das ist auch gut. Was haben wir denn hier? Physische Attacke. Präzise Abwehr gibt Regena. Wow. Meisterdieb. Oh, dann wird... Oh. Dann wird Stehlen zu rauben. Das heißt, wir machen auch Damage, während wir was stehlen. Das ist gut. Ey, das ist richtig mächtig. Also anscheinend haben die im DLC haben diesen Perfect Parry eingeführt. Das heißt, wenn man wirklich im richtigen Moment die Abwehrtaste drückt, dann kriegt man erstens, kriegt man keinen Schaden. Das hat man gerade bei Ramu ein paar Mal gesehen. Und zweitens, wenn ich das hier benutze, dann kriege ich dadurch auch einen Regenerationseffekt. Das ist richtig, richtig mächtig, wenn ich das hinkriege. Das ist mega gut. Oh, wow. Okay. Wir wollen auf jeden Fall mehr Material. Oh, das ist verbinden. Ah, das passt aber. Und dann ganz viel physischer Attack. So. Das ist ja auch ziemlich gut. Er hat jetzt auch richtig viel physischen Schaden. Ja. Jetzt würde ich ihm auch da wir hier oben jetzt nämlich noch den Verbindungs-Slot haben würde ich ihm die Elementar-Affinität geben. Yes. Und dann gebe ich ihm immer genau das passende Element gegen was auch immer wir kämpfen. Weil Yuffie kann ja sowieso ihr Element switchen mit dem Ninjutsu. Und er kann dann auch das richtige Element haben. Das ist dann richtig gut. Ich gehe mal davon aus als nächstes bekämpfen wir Ich gehe mal davon aus wir kämpfen wieder gegen irgendwelche Menschen wahrscheinlich. Luftgutes ist relativ selten um ehrlich zu sein. Also Luft ist gut gegen fliegende Monster und gegen ähm Monster mit Elektrizität und sowas gibt es halt relativ selten im Moment. Ich gebe ihm mal Gewitter. So, jetzt hat er Feuer und Gewitter und macht mit seinen physischen Attacken macht er Feuer-Damage. Dann ist er gut gegen Menschen und gegen ähm ja, gegen Maschinen können wir halt den Zauber benutzen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwann bald wieder sind. Also, sicher, dass du bereit bist. Okay. Oh, ja. Ja, wir sind fertig, wie gesagt. Let's roll. Perfekt. Perfektes Timing. Hahaha. Was ist das? Es sieht aus wie es nun oder nie, Leute. Sorry, dass wir nicht einen richtigen Weg geben können. Nur wissen wir, dass wir für dich sind, okay? All aboard! Ach stimmt, sie hat ja... Oh Gott, stimmt. Ich habe das ganz vergessen. Sie hat ja Ultra-Probleme mit irgendwelchen Vehikeln. Sie wird immer ultra schnell reisekrank, ich erinnere mich. Sie war auch immer am Kotzen, als wir in der Highwind geflogen sind. Aber ein Shinra-Mech fiel vor einer Gruppe. Sie musste etwas tun. Und natürlich sieht sie Yuffie extrem ähnlich. Okay, got it. Er ist also so ein Siscon. Okay, okay. Are we on the schedule? Ha ha ha! The Turks! Ha ha ha! Yes, there will be no delays. Please, Mr. President. I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000. Director Twisty. At least let us issue a warning, sir. The stench of the director's cowardice fills the room yet again. Breathe. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. Whoa, look at all these people. Let's get this over with. Excuse me, I have some questions. You work for Shinra, isn't that right? Then would you care to comment on the rumors that Sector 7 will be the terrorist's next target? They're going to hit the reactor, aren't they? You! Stop right there! Get the hell out of it. What is security right now? The elevators are right there. Let's catch one. You're up, Heidi. Come on, come on, come on! Man, dieses Shinra-Gebäude, ne? Das ist sowas von unsicher. Da kommt irgendwie jeder rein. Oh shit, mommy. What floor? The basement. Advanced weaponry. Going down. Joyful. Perfect. Just perfect. Hmm? Huh? Uh... Hmm. But oh, how the mighty are fallen. Wutai, colluding with avalanche and resorting to terrorism. I always thought the Wutaians an honorable people. They used to be, certainly. But now, now they're nothing but blood sucking flies buzzing around Shinra's face. Would you not agree? In light of recent events, I mean. I would. A hundred percent. What a lovely smile. I would. A hundred percent. Huh? And savor the opportunity to meet our latest autonomous weapons. Dammit! Autonomous weapons. Okay. Okay. Jetzt kommt bestimmt wieder Maschinengeek. I'll never get a better chance. That was Scarlet, director of advanced weaponry. It was one of her machines that killed Melfi. Calm down, Sonon. Calm down. Remember. We're here for a reason. Right, boss. I'm sorry. Don't be. I was ready to strangle her myself. And that's before she sent us off in the wrong direction. Where did she send us? Only one way to find out. Don't worry. We'll get to material research eventually. Just a little longer, my passion. 16. Untergeschoss? Okay. Also, es gibt... Es gibt irgendwie 65 Etagen nach oben, ja? Und es gibt anscheinend auch nochmal so 60 Etagen nach unten, oder wie? What the fuck? Okay. Natürlich. Wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Ein paar Echo-Schirme. Für den Fall der Fälle. Noch zwei Mega-Tränke. Das passt. Normale Gebäude. Wir haben einen Keller, ja. Und zwei Obergeschosse. Schindra denkt sich so, ne. Bei uns ist das anders. Weißt du, normale Firmen würden einfach ein zweites Gebäude bauen. Schindra baut sich einfach nochmal 60 Etagen nach unten, links und rechts, oder so. Oha. Ja. Ja gut. Ja. Ja. Hey, haben wir noch irgendwo ein bisschen Platz für neue Etagen? Ja. Also wenn wir so diagonal nach oben, links bauen... Ist aber ... wichtiger, wie er itagen hat? Hast du sehr gut, wenn der Regierung etwas diskutieren hat? Schön an ihn. Der Kofflevel in wherever belongs. Das ist mein Master, wenn du vom traust. Meist denkst, dass ich ihn etwas kaputt gelaufen lassen? ise manche etwas halbe mene. 하루it verabschiedeln. ich darf nicht ich wollte doch noch na gut na gut neuer banger wieso sollte man stehlen überhaupt noch benutzen wenn man rauben hat also ich wundere mich gerade nur dass das nicht einfach überschrieben wurde sondern dass ich beide benutzen kann wenn ich will nicht mit dieser synchronisation hat man halt so viel burst damage auch das ist richtig gut wenn der gegner schon gestärkt ist ich jetzt okay genau er möchte jetzt nämlich gewitter ich kann sogar ich kann sogar richtig frei hat machen dass ich ihm sowohl gewitter als elementar affinität gebe als auch als magische verkettung richtig richtig frei hat jetzt es 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 Oh wow! Data collection complete. Recalibrate for next test. What? There's more? Wie schön, dass die da oben so Kisten hingestellt haben, die da hinstehen. So we need to put up our fight. We're done here! Get on down! Hope you like pain! Wanna take for mercy? Coming in hard and fast! You're in for a shot! Suckers! Hit, hit, hit! Let's do this! Got it! I will accept! I sent you to a beating! So langsam? Habe ich hier so ein bisschen raus, wie man spielt? Data selection complete. Credit where credit is due. You exceeded my every expectation. And for being such good sports. You may now leave. Why did I ever think for a second she'd be nice to us? She knows damn well it's gonna be a pain in the ass getting up there! There we go. Honestly, how do I do it? Now then Sonon, how you feel about giving me a boost? Ecstatic. Ecstatic. The good old Räuber, Leiter. Okay. A bit changed. Okay. Get to climb. I'm in. Hit! I'm in. I'm in. Meanwhile find out what it is they want you do have eyes don't you then you can see that while they are simpletons they've made it further than any normal Wu-Tai-Yan ever could Teenage ninja hero turtles And they've come such a long way. We simply must roll out the red carpet. My trustee's deed should provide a fitting welcome I think. Keep me apprised, would you? I mean we have Teenage Ninjas and we have Happy Turtle. If we do this verbinden, we have Happy Turtle Ninja Teenage. Above all, do not let them out of your sight. Sir! Was auch immer. Was auch immer. Oh Materia, where are you? Materia! Alter, I'm a Materia girl. In the Materia world. Hm? Is that Materia I smell? End of the line, Holtai Scum! Shit, okay. Die sind wieder gegen Feuer. Ach man, hör doch mal auf so viel rumzuswitchen hier mit dem Element. Tief! Turn off the hill! Tief! 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 7000 damage! Pfff! Tief! 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 After I grab a few souvenirs. Totally. Power of Happy Turtle. Na gut. Hecamen. Initiating Mako Energy Saturation. Find's immer lustig, dass die in solchen, ähm, Stories halt nie ne Maus haben. Die haben immer nur Tastaturen. Jedes Mal. Oh, was ist das denn da? Ist das etwa... ...Materia? Ninja Kanonenkugel? Was ist das denn bitte? Aber jetzt mal ohne Witz. Wenn Stehlen und Raub, wenn das einzelne Sachen sind, was passiert dann, wenn ich Stehlen raus mache? Habe ich dann trotzdem noch das Raubzeug? Weil dann wäre ja Stehen jetzt wirklich komplett nutzlos eigentlich. So, Ninja Kanonenkugel. Eine Fertigkeitenmaterial, die im Synchronisationsmodus mit R1 und Dreieck eingesetzt werden kann. Wird ein Gegner getroffen, erhält Sonon ein ATB Boost. Okay. Probieren wir's aus. Probieren wir's aus. Das ist ja nix Neues. Da ist noch was. Wir klauen hier die ganze Materia, ne? Nicht gut. Und? Wilder Trickster. Und? Wilder Trickster. Ah, interessant. Also man wird quasi dafür belohnt, dass man verschiedene Kommandos benutzt. Man kriegt dann so einen kleinen ATB Boost nochmal zurück nach drei verschiedenen Kommandos. Ja. 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 Wait, is that a security grate or a ladder? Thanks, Shinra. Huh, that's weird. Not even a whiff of materia up here. But then there's nowhere else to go. Schleife? Oh. Ist das wirklich... Das Ribbon? Wow. Das ist wirklich das Ribbon. Der Final Fantasy Klassiker Ribbon, der komplett vor allen Zustandsveränderungen schützt. Damn. Das ist natürlich sexy. Der hat sogar noch einen Zusatzeffekt. Da steht, es erhöht auch die Resistenz gegen Unterbrechung beim Ansatz von Magie. Das ist richtig mega gut. Ja, vielleicht scheiße ich wirklich auf die Chips, gebe ihr die Schleife. Weil das ist verdammt mächtig. Und wie passend, dass wir gerade auch in diesem Moment ein neues Arzt haben. Das ist ein Triple-FP-Bonus, aber es hat nur einen Material-Slot. Das stimmt. Ja, Mann. Diese Synchronisationsmoves sind so stark. Das ist Wahnsinn. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es die sogar in Rebirth auch. Ich glaube da hat man auch so Combo-Moves mit den verschiedenen Charakteren. Das wird lustig. Wirkungsmus, wirklich. Zerstöre entweder den Kern oder stiehl ihn. Ah, okay. Das ist lustig, okay. Also ich muss warten bis er diesen Kern da frei liegt. Und dann kann ich den klauen. Ja, jetzt. Da, Magie, keine Rauben. Hab ihn. Das ist cool, das ist schön gemacht. Und ja, stehlen ist jetzt komplett wie ich wusste nicht. Weil ich jetzt sowieso durch die eine Waffe habe ich halt Rauben. Das ist genau das gleiche, nur dass es auch noch Schaden macht. Das heißt, ich spare mir eine Material. Was ziemlich cool ist. Ich habe eine neue Waffe. Ich hoffe es ist was für Yuffie. RIP. RIP. Er hat halt immer noch nicht die Ability gelernt. Aber vielleicht scheiße ich darauf einfach. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Der Dämonenstab. Drei Mal vom Gegner anvisiert werden während der Effekt hält. Es ist ein Tankstab. Zieht die Aufmerksamkeit eines schwachen Gegners auf sich. Bis Yuffie diesem eine bestimmte Schadensmenge zufügt. Oh wow. Dann ist es wirklich. Dann ist es ein garantierter Taunt. Oh. Das ist nice. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Beschleunigt die Aufladung der ATB Leiste beim Einsatz von Provozieren. Das passt auch perfekt dazu. Er ist ein richtiger Tank hier. Oh ja. Noch einen Material Slot mehr. Sehr gut. So. ATB Aufladung plus 10% wäre nicht schlecht. Auto-All-Heilmittel? Setzt bei einer negativen Zustandsveränderung eines Gruppenmitglieds ein All-Heilmittel ein. Nee. Das mach ich aber lieber mit dem Geld. Ich geb eben mehr ATB. Und... physischer... Damage? Ja. Nice. Das ist eine gute Waffe. Ja, dann scheiß auf diese andere Ability. Ich benutze die sowieso fast nie. Wobei... Wie nah ist er dann am Lernen? Überhaupt nicht nah, weil ich es nie benutze. Ja, okay. Scheiß drauf. Dämonenstab. Was er provozieren hat. Was er provozieren hat. Ich überlege, ob ich ihm Erstschlag gebe, weil er eigentlich... weitaus langsamer ATB bekommt als Yuffie. Oder ich geb ihm... Ich glaub ich geb ihm das hier. Den TP-Boost mit FP-Boost. Dass er mehr HP hat, weil er ist ja Tank. Und dann gebe ich... Yuffie... Elementar-Affinität. Elementar-Affinität. Ich glaub das machen wir so. Das ist... Das ist glaube ich ganz gut. Vielleicht sollte ich ihr auch Analyse geben. Und ihm... Und ich geb ihm effizientes Block... So was. Lass man das probieren. Das könnte gut sein. Bekame. Level 2 Power Grid. Online. Initiating Mako Energy Saturation. Deploying Security Grade. Not long now my precious. You'll be safe in my arms soon. Entry lock released. And what do we have here? A secret material vault perhaps? Ooooooh. Secret material vault? Ooooooh. Was ist denn das alles hier? Direkt mal reinhacken. Oh. Okay. Spielen wir das Minigame. Ja das ist das gleiche wie... Äh... Ja. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon depois raus and stick. Das niños ... Das ist halt Thin! Aus fora. Vist das ist der Messe. Aus addictive. Ja das können Sie uns nicht ausprobieren. Wie kann ich es le� Ende sein? Oder bevor... Ja das kann ich es incert... Du bist助herr. Kann ich da auch Tätigkeiten benutzen, also sowas, wie, ist das jetzt ein Bakker? Oh ja, oh wow, okay. Oh ja, oh ja, oh ja. Das war's für heute. Also Wirbelsturm ist hier MVP, definitiv. Nein, du sollst auf das Zeitding zielen, das direkt vor dir ist. Okay, wie viel hätte ich gebraucht? Ah, okay, also ich hab schon Basistraining, achso, okay, ich hab schon alles, okay, cool, ich dachte, okay. Okay, also jetzt Soldat-Training, okay, wir brauchen 50.000. Challenge accepted. Okay, okay. Okay, ich hab's schon mal. Okay. Also, noch mal. Okay, also, noch mal. Das war's für heute. Ich glaube die lasse ich, die sind ein bisschen schwer zu bewegen. So, jetzt ziehen wir mal schnell ein bisschen Side-Bees, ja, ah, oh mein Gott, das ist so, manchmal ist es ein bisschen schwer hier die richtigen Sachen ins Tage zu kriegen. Oh, das sind eine Menge Punkte hier. Komm schon. Jawohl. Äh, wo ist denn noch was? Äh. 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 Das ist aber noch weit weg von 50.000, what the fuck. Wie komme ich denn auf 50.000 hier? Ich probiere es noch einmal, 50.000 ist Hardcore. Also, 50.000 sind alle? Ja? Oh, das ist okay, das ist top. Ja. Hey. Ja. Das bin ich lange nicht. Ja. Oh. Für die Träber muss ich Sinn machen dürfen. Ja, ja, ja. Diese 1500 Dinger, die dauern halt so lange. Wie könnte ich das denn machen? Da muss man halt, da muss man so richtig rumtricksen, also mit, keine Ahnung. Vielleicht sogar mit Magie? Geht das überhaupt mit mir nicht? Flankton, hi! Na? Oh? Access granted. Occupancy limited to one subject. Sie macht halt so... Manchmal hopst sie so komisch rum, also das will ich gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Verbannung stärker ist als das andere, das Puri-Dingster. Nein, hör auf mit... Nein! Ja, Birbelsturm ist ganz gut, aber... Den habe ich ja gespammt. Beim ersten Versuch. Das war auch nice. Aber es reicht halt nicht für alles. Diese 1500er Kisten sind halt... Die halten viel aus. Nee. Kann ich nicht hier einfach neu starten? Access granted. Occupancy limited to one subject. Nein, nicht Basis. Access granted. Occupancy limited to one subject. Ähm... Vielleicht so eine 1500er Kiste so direkt umbringt. Und ich muss hinkriegen, dass sie weniger... Ihren Boomerang irgendwie so irgendwo hinwirft und dann rumhampelt. Das passiert mir nämlich auch jetzt herum. Hör auf! Hör auf! Nicht jetzt! Hör auf! 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 Mit dem Schuriken auf einer Kiste ist der Wirbelsturm an der anderen Seite. Ist das so? Ah, ok, nice, danke. Da muss man erstmal drauf tun. Ah, jetzt aber nicht. Okay, da muss ich das jetzt nur noch meist haben. Wir kriegen das hin, ganz bestimmt. Ich glaube wir kriegen das heute aber nicht mehr ganz geschafftes Spiel. Ich habe mich zu viel in die Minigames verliebt. Okay, speech, speech, speech. Boom. 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 Nein, stupid. Nein, oh mein Gott. Ohohohoho. Ohohoho. Diese Kiste hier ist ein wundiges Problem einfach. Ohohoho. Soll ich da nicht hier rankommen? So. Jetzt schnell hier die Zeit. Ja, zwei Bonus. Erstmal. So, okay. Okay. Ja, jetzt läuft mir wieder die Zeit davon. Okay. Noch mal ein Wirbelsturm. Achso, wo, 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 wo? Hier ist noch eins. Ich glaube, drei Verbannungen. Ja. Das habe ich vergessen. Wo ist noch was? Ja, scheiße. Hä? Okay, irgendwo habe ich das vergessen. Ach, Mann. Oh. Wir nähern uns aber dem Ziel. Ja. 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 Wie ist das? Das war's für heute. Ja, es stirbt. Hallo, es ist eine Hunderter. Wieso? Wieso ist die Hunderter auf einmal so tanky? Das ist wie verarscht, Mann. Das ist doch wieder... Juffi, nein. Du sollst da oben, wo ich hingucke. Mädel. Das hier habe ich vorhin, glaube ich, übersehen. Das dauert jetzt aber schon ein bisschen lang. Ich glaube, das kann ich vergessen. Ich glaube, das ist die Hunderter. Das ist auf jeden Fall mal sehr exakt, was man da machen muss. Warum fließe ich denn jetzt nach links gegen die Wand? Okay, der Anfang ist aber schon mal gut. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wünschte, die würde diese Zeitdinger direkt priorisieren, aber das ist, es ist so schwer, diese Dinger ins Target zu kriegen. Du musst wirklich, vor allem, du hast ja keine Zeit, durch die Targets durchzuswitchen. Also entweder bist du halt schnell genug da, dass du die sowieso alle im Aue-E kriegst, oder? Ich merke auch, dass die sich werfen weit aus dem Head-Damage macht, als der normale Angriff, witzigerweise. Ich hätte gedacht, das ist andersrum. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das war's für heute. Okay. Okay, okay. Ich glaube, das ist definitiv der beste Versuch bisher. Ja, also Schlüssel zum Siegel ist definitiv überhaupt nicht, äh, auf Viereck drücken, sondern einfach die ganze Zeit nur Schögelkensperl. Mit dem war ich da? Okay. 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 Ich bin so nah dran. Alter Yuki. Über die Oh, do you like this? Gotcha, now! How do you like this? Gotcha, now! How do you like this? Gotcha, now! Shut up! Ach, da ist noch! Oh mein Gott, die haben wir gesehen. Deholt dich! Sieh her! Vocêh her! Sieh! Sieh her! Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Das ist zum Haare rausreichen hier. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Das muss ich irgendwie noch schneller hinkriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh? Knowing I'm not alone in all this. Yeah. Same here. Aha! I think I found our way across. Right. Shall we? Yasha! Easy. Oh, warte. Ist noch was. Wie glücklich sie aussieht, wenn sie rennt. Heilendes Halsgut. Brauchen wir nicht. Hallo! Oh mein Gott. Die Slides. Sie benimmt sich halt echt wie so, ich weiss nicht, wie so... So ein kleines Kind, was gerade zum ersten Mal irgendwie Naruto geguckt hat oder so. Und halt jetzt so übelst auf Ninja abgeht. Aber das krasse ist halt, dass sie eigentlich selbst ein Ninja ist dabei. Das ist irgendwie so... Irgendwie weiss nicht. Merkwürdig. Uh. Check that out. Das ist mehr wichtig als die anderen. Das muss es sein. Oh, süßes Baby, komm zu Mama! Haha. Ich kann nicht sehen. Licht, Licht. Ich brauche mehr Licht. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mich, noch mal. Punkt. Punkt. Level 3 Power Grid. Online. Initiating Mako Energy Saturation. Deploying Security Grid. Now we're cooking. Come and material ready or not. Man. Another stupid dud. Uh-oh. Quit pulling out on us, Shinra. We're here for Materia, not these dorks. Man, I hate these guys. Hit that now. Come on. Get back out, Shinra. Oh, what? Wie mache ich denn dieses, äh... Hm. Ich hatte doch dieses eine Kommando, mit dem man... ...im Synchronisationsmodus irgendwas Spezielles machen konnte. Da habe ich den Tierier nicht mehr gekübt. Ich dachte, ich hätte ihn, ne? Oh. Oh. Ich hatte keinen Spaß. Ja. Ja. Das war's für mich. Hallo Jan, der Rüstungssprenger. Elden Ring einfach goldig. Ich verstehe nicht ganz, was das heißt, aber... Was gut? Du willst ja? Ja. So far as we can tell, yes. How very dull. Be that as it may, I suppose I should talk to them. Ma'am. Oh dear. Is that any way to talk to your home? What do you want? As guests, it's more about what you want. And I think you'll find it just up ahead. Hurry now. Don't keep me waiting. So boss, what are you thinking? That we're walking into a trap, I guess. But it's nothing we can't handle, right? Couldn't have said it better myself. You're right. But what's up? Thank you. See you later. Untertitelung im Auftrag des ZDF Select the Ordnance type to deploy for this trial. Oh? Nein. Ich wollte doch erstmal an den Automaten. Jo, was haben wir denn hier noch? Irgendwas Gutes? Schwermetallreif. Machtreif. Ne. Die sind nicht so gut. Der hier hat halt keine Defense. Und die hier haben halt nur Defense. Ne. 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 Wollen wir nicht. Gibt es ja auch nichts Tolles Neues. Nö. Und hier... Jetzt auch nichts, was irgendwie wirklich... Notwendig wäre. Passt. Okay, Leute. Bin ich für Tier of Monk Swap? Also... Wenn du dir das zutraust. Für ein Ultimate eine andere Klasse zu spielen. Why not? Also mir ist das wurscht. So, Leute. Ich muss hier aber tatsächlich... auch leider... schon den Stream beenden. Weil ich gleich noch selbst ein bisschen FF14 spielen muss. 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 Möchte. Wir machen hier das... Den letzten Fight von Eden. Dem letzten Edentier. Wird es natürlich wieder als Video auf YouTube geben. falls wir das schaffen heute. Äh... Jo, also immer wieder gerne. Ich freue mich ja wirklich über jeden Lurk auch. Äh... Aber jo, wir machen hier für heute Schluss. Ähm... Genau. Ich zeig jetzt ein bisschen FF14. Wir sehen uns wahrscheinlich dann... Ähm... Es kann dann sogar sein, dass... Ich weiß nicht wie lange der noch geht. Ich glaube nicht allzu lange. Es kann dann auch gut sein, dass wir dann direkt mit Rebirth... Tatsächlich weitermachen. Der UPDLC. Der... Der wäre auch super, ja. Ajo, aber ich danke euch auf jeden Fall. Wir sehen uns dann entweder morgen für Pen & Paper. Oder übermorgen für mehr FF7. Und... Jo, ansonsten schönes Wochenende. Wir sehen uns. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Will... Ihn... Ah... talking... Danny... Oh